Hallöchen, Hallöchen. Willkommen, willkommen. Hallo Lilith, hallo Deidre, hallo Goldi. Habt ihr die Couch fertig gemacht, endlich? Wie die in den Wagen bekommen hast, weiß ich nicht. Ich weiß noch, dass wir die da irgendwie reingestopft haben, ja. Die genaue Kombination kann ich dir jetzt nicht nennen, falls das die Frage ist, keine Ahnung. Wieso, zum Abtransport, oder? Habt ihr die so schnell durchbekommen? Ich meine, die hatte natürlich schon ein paar Jahre auf dem Buckel von den Vorbesitzern hier. Ach ja. So, was haben wir denn hier? Aha, okay, Kaffee, aha. Teneriffa-Tasse. Prost. Es könnte aber sein, dass es ein Foto davon gibt. Wenn ich so drüber nachdenke, hattest du ein Foto gemacht? Hatte ich ein Foto gemacht? Es könnte tatsächlich sein, dass davon ein Foto existiert. Hmm. Oder ich bilde mir das jetzt ein. Unsicher? Ich glaube, ja. Kann ich dir raussuchen. Vielleicht, weil, keine Ahnung. So wie ich mich kenne, wird das irgendwo liegen. Das zu finden ist eine andere Sache. Oh, ja. Hallo, dumm Ritzel. Na? Es geht. Ah, siehst du, für Richard müssen wir heute Loreley nochmal spielen, oder? Nochmal von Anfang. Again. Ach, siehst du, ich wollte noch sagen, Richard. Wenn du dir das VOD angucken willst, dann skip so ungefähr die ersten dreieinhalb Stunden, weil da haben wir irgendwie nur rumgesucht, die ganze Zeit an ein und demselben, bis wir dann irgendwann die richtige Kombi gefunden haben. Und, äh, ja. Keine VODs. Kann ich verstehen. Aber ja, haben wir gemacht. Haben wir geschafft. Haben wir geschafft. So, und Lilith wird dir das jetzt zusammenfassen. Sag mal. Interpretiere ich das eigentlich richtig, dass das letztendlich irgendwie zwei mehr oder weniger bekloppte Künstler waren im weitesten Sinne? Der eine halt irgendwie mit seinen Filmen und die andere mit ihren Ausstellungen, Kunstwerken, bla. Und die haben sich irgendwie, da haben sich zwei gefunden. Und letztendlich ist das aber nicht so gut ausgegangen. Kann man das so sagen? Hm. Ich bin mir so ein bisschen unsicher. Ja. Was davon real war und was nicht. Aber, na. Irgendwie, irgendwie so, oder? Glaube ich. Ja. Naja, und Achtung, Spoiler Alert. Achtung, 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 Spoiler Alert. So der große Kniff letztendlich war, dass das da in unserer Fantasie irgendwie der Dude war, der die Lady aus dem Fenster geschmissen hat, aber in vermeintlicher Reality. So wie sich die alte Lady dann letztendlich erinnert hat, was halt die Lorelei da war, ne. Ähm, war das halt die Lady, die den Dude aus dem Fenster geworfen hat. Und das hat sie dann quasi kurz vor ihrer, kurz bevor sie sich verabschiedet hat, endgültig, hat sie das dann noch in ihrem Kopf zusammengekriegt. Eigentlich war das die ganze Zeit irgendwie ein großer, ja, so der letzte große Mindfuck, den sie irgendwie zusammenkriegen musste in ihrem wahrscheinlich ziemlich verqueren Brain, oder? Ja, um es dann letztendlich einzusehen, was da, was sie getan hat, was geschehen ist. Und alles wahrscheinlich so ein bisschen angereichert von ihrer, ja, von ihrem Spleen, da halt mit Kunst und mit Labyrinth und mit Rätsel und bla, irgendwas zu machen, oder auch von ihm beeinflusst. Naja, ich hatte am Ende irgendwie, als wir da so die letzten Rätsel gemacht haben, hatte ich irgendwie gedacht, ah, vielleicht ist da irgendwie noch ein anderer Twist irgendwie, dass das irgendjemand ganz anderes ist oder so. Aber ja, letztendlich war es einfach andersrum als im, als in ihrer Fantasie quasi. Ja, und es gab auch an mehreren Stellen, zum Beispiel bei den Polizeiberichten, wie auch bei manchen Skriptseiten, gab es ja auch immer mal wieder so die Sache, dass das auf einmal klang, als ob das ein Dude ist. Oder man weiß es zumindest nicht so genau, ob das eine Frau gewesen ist, die da beschuldigt ist. Oder auch die Renate, die mit Männerstimme gesprochen hat oder so, ne. Naja, das war so ein bisschen, war so das Crossover-Ding. Ja, ja, so ganz grob. Also genau, wir hatten, eigentlich war das nicht mehr viel, was wir gestern zu tun hatten, aber das Passwort, den Username und diese letzte Kombination, diese Matrix von Jahreszahlen und Raumnummern und so zusammen zu kriegen, eigentlich hatten wir das ganz gut gemacht. Eigentlich hatten wir das ganz gut zusammen, aber am Ende haben wir da einen kleinen Dreher drin gehabt und ja. Und man musste vor allem die ganzen drei Sachen da sukzessive in einem Durchlauf eingeben. Und der hat einem auch nicht gesagt, ob das eine oder das andere oder das dritte nicht richtig ist oder so. Ja. Deswegen hat das, das waren so die ersten drei Stunden irgendwie vom Stream. Und am Ende hatten wir, wie viel hatten wir an Wahrheit? 97, irgendwas Prozent, glaube ich, ne. Joa. Okay. War cool. Ja, danke schön auf jeden Fall für dieses Spiel. War mal was anderes. Oh, ist ein Update-Cute. So in etwa, ja, so. Genau. So. Ich glaube, heute möchte ich, heute möchte ich im Anschluss an dieses Kunstwerk von Game, rätseliges Game, möchte ich was ganz Dummes machen, was ganz Stupides. Nein, nicht Doom Eternal. Wobei, weiß ich nicht. Oder hier, äh, Dings, äh, wie, wie heißt es? Anger, Angerfoot? Nee, 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 nee. Ich glaube, ich möchte mir mal... Brain Reset wäre auch ein guter Name für ein Spiel. Nee, ich, ähm... Ich glaube, ich möchte mir eine Demo mal angucken, die ich auch schon mal erwähnt habe. Also wir haben, achso, Moment, wir müssen mal kurz das Kanban-Board updaten. Äh, Sekunde. So, ganz feierlich machen wir das jetzt. Achtung, Lorelei, ja. Done. Und ja, wir könnten da theoretisch noch ein paar Dollar suchen oder so, aber... Hier, da steht es direkt. Drive Beyond Horizons Demo. Ich glaube, das wird jetzt nicht ewig dauern, aber vielleicht können wir, können wir es heute uns mal angucken. Es sah mir, ich habe das in einem anderen Stream gesehen. Und es sah mir im Wesentlichen aus wie eine, ähm, The Long Drive. Ein Long Drive-Klon mit ein bisschen hübscher. Aber es hat sehr an Long Drive erinnert. Aber ich würde mir es einfach mal angucken wollen. Einfach so aus Jux. Ist nur eine Demo, wie gesagt. Soll ich mir das mal... Aha. Soll ich mir das mal auf die Liste setzen? Achso, das ist noch nicht released. Okay, soll ich mir das mal auf die andere Liste setzen? Äh, warte mal. Baby Steps. Ach, was für... Ne, was? Labels. Genau, was für Labels haben wir denn da? Tipp. Oh, ich schaue. Getting over it. Ja, ich habe schon so eine Vermutung, in welche Richtung es gehen könnte. Da. Ah. Gut. Na ja, jedenfalls Drive Beyond. Können wir uns mal... Gucken wir mal gucken. Die Frage ist... Ne, doch. Maus-Tastatur. Können wir uns mal bestimmt auch rumlaufen, oder? Und zum Fahren könnte natürlich Controller besser sein, oder? Weiß ich nicht. Geh einfach direkt rein. Wie wär's? Äh, wat? Äh, du, du, du... Oh, geht schon los. Hoch. Äh, game is currently under development. It may therefore contain Bugs. Ach, was. Das tun fertige Spiele... Fertige Spiele ja nie. Hm. Okay. Infinite Mode. Strange World. Was? Prolob. Multiplayer Load. Hm, hm. Ranking Options. Gucken wir Options. Graphic Settings. Quality, oder? Wollte ich sagen. V-Sync weiß ich nicht. Es hängt immer so ein bisschen davon ab, wie das Spiel sich so verhält. Volume Musik. Hm. Hm, 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 hm. Charakter Vehicle. Okay. Boah, ach, das kriegen wir bestimmt gesagt dann, oder? Wie das funktioniert. So, und ich sollte das Spiel umstellen. Ups. Ich drück wieder alle Tasten gleichzeitig. Hm, 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 hm. So. Äh, äh, Drive. Ah, ich hab offenbar die Caps Lock-Taste erwischt. Beyond Horizons. So. Dann knüllt euch mal fein zusammen. Hier, das ist auch ein Spiel mit Punk. Ist auch gut, oder? Ich weiß nicht, ob wir auf Deutsch stellen sollen. Ich hab Angst. Können's ja mal versuchen. Vielleicht ist ja lustig. Halten, um zu urinieren. Ja, perfekt. Ähm. In die Hocke gehen. Schieberegler. Was? Dieser Schieberegler hier regelt Schieberegler. Okay. Okay. Was ist das hier? Erreichen Sie 50 Kilometer und entdecken Sie unter dem Schleier der Nacht eine unerwartete Herausforderung. Die Dunkelheit verbirgt, äh, die Dunkelheit verbirgt, äh, geheimnisvolle Gefahren und eine intensive Verfolgungsjagd wartet auf Sie. Oh je. Wird es Ihnen gelingen, durch die Dunkelheit zu navigieren und den auftauchenden Bedrohungen zu entkommen? Machen Sie sich bereit für ein fesselndes Abenteuer, bei dem jeder Kilometer zählt. Bis zu 50, wahrscheinlich. Machen Sie sich bereit für ein aufregendes Erlebnis voller Spannung. Was ist das hier? Infinity? Ah, ist nicht verfügbar. Okay, perfekt. Gut. Beginn. Dark Moppen. Ah, weiß ich nicht. Nee. Nee, vielleicht grad nicht. Eine fremde Welt. Oh, da sind wir schon. Das ist unser Auto. Das ist schon mal gut. Oh, wir gehen sehr lang. Wow. Bisschen too close. Too close. Ah, ja. Gut. Ich kann auch rennen. Ui. Oh, Mann. Okay. Okay. Aha. Das ist ein Toggle offenbar. Gut. Ich muss ein bisschen lauter machen. Weiß ich noch nicht. Gucken. So. Ist aber schon ein Dude, oder? Sieht so aus. Oh, yeah. Nehmen Sie, was? Motoröl. Kann ich's werfen? Ne, weiß ich nicht. Da ist ein Timer. Was haben wir da? Wir haben einen Timer. Wir haben 0,1 Kilometer haben wir schon. Immerhin. Und die Nacht nach 50 Kilometer verbringen ist unser Ziel. Was ist das denn? Ein Tacho oder so? Gut. So, und das hier ist so unsere Drogenküche, oder? Öffnen. Ah, ja. Gut. Können wir was trinken? Ausrüsten. Oh. Trinken Alkohol. Ja, klar. Hau rein. Wir wollen ja noch fahren. Wie soll ich das sonst aushalten? Ja. Und jetzt? Ach so. Gut. Können wir die kaputt machen? Na, sehr solide. Immer noch, äh, noch mehr Motoröl. Gut. Und was haben wir hier? Wir haben hier einen relativ leeren Kühlschrank. Einen Energy, oder was? So. Na. Tatsächlich. Irgendwas mit Energie. Ach, das ist ja schön. Das ist ja hübsch. Tache. Okay. Getty, getty, getty. Können wir das hier mitnehmen besser? Einschalten. Hallo, eine Frage, ja, wir wollen... Hallo, eine Frage, ja, wir wollen... Also, eine Frage, ja, wir wollen das Mikro, Herr, äh... Also, eine Frage, wir wollen das Mikro, Herr, äh... Also, eine Frage, wir wollen das Mikro, Herr, äh... Kann ich es drehen? Egal, ich spreche eh kein Spanisch. Kappa. Okay, hier können wir uns eher nicht, äh, betrachten. Öffnen. Können wir es benutzen? Nö. Äh, was steht da? Sprinter. Sprinter. In die Hocke gehen? Okay, gut. Urinieren, ja, oh ja. Oh, Alter, was ist denn da los? Alter, was haben wir denn getrunken? Huch, zu wenig scheinbar. Das war ja schon eher braun. Zoomen, kann ich zoomen? Oh, ja. Tz, 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 tz haben wir ein Vehicle hier. Ich muss auch schon pinkeln. Jetzt schon. Ach, das erinnert mich ein bisschen an Fallout. Spontan. Nur in klein. Gut, vielleicht können wir uns hier einen Suit machen. Keine Kackawöse. Ich kann es nicht versprechen. Sieht im Moment nur nach Pipi aus. Hey. Weiß ich noch nicht. Für eine Crafter-Werkbank. Gut. Nehmen sie. Loslassen. Kapott. Alles kapott. Auto jedenfalls. Können wir das irgendwie rausschieben? Hier haben wir schon mal Bürsten und Polierdinge. Gut, gut. Benzin. Benzin, sehr gut. Ausgezeichnet. Was haben wir denn hier? Wasser, Benzin, Motorrad, Pisse. Und. Was? Okay. Ihr seht selbst. Benzin. Benzin. Fünf Prozent betrunkenes Pinkeln. Man weiß es nicht so genau. Es ist scheinbar ein Inhaltsstoff. Eine In-Ingredienz. War wahrscheinlich das, was wir gerade abgegeben haben. In God we will irgendwas. Ah, hier ist irgendwie Katastrophe passiert bestimmt. Deswegen ist hier alles so komisch. Und boah. Deswegen ist dieses Grün hier so grün. Alter. Ganz furchtbar. auseinander. Äh, auseinander. Auseinandernehmen. Gut. Montieren. Ah, ja. Perfekt. Öffnen. Können wir auch. Ähm. Funktioniert mit Benzin. Also, sehr gut zu wissen. Es ist sehr gut, dass das hier steht. Gut. Ach, ja. 25 von 50 Ampere. Mhm. Gut. Ähm. Sehe ich das richtig? Also, hier sind fünf, hier sind fünf Liter betrunkenes Pinkeln drin. Ich weiß nicht, ob das nachteilig ist gegenüber normalem Wasser. Bin kühler so, aber naja. Gut. Äh, ausprobieren. Können wir hier sonst noch irgendwas? Was ist hier drin? Hier ist nicht viel, aber gut, dass wir einen Trunk haben. Und hier haben wir tatsächlich relativ viel Benzin. Mal gucken, ob er anspringt. Unfassbar. Äh. Äh. Einschalten. Ich glaube, er läuft. Ah, ja. Ah, ja. Guck mal hier. Okay. Was? LLW? Was? Irgendwas. Benzin. Warum kann ich hier den Motor angucken? Gut. Äh. Handbremse. Scheinwerfer. Scheinwerfer? Scheinwerfer. Ich weiß nicht, ob wir Scheinwerfer haben. Außer im Regen. Das ist ja nicht so gut. Blinkend links. Blinkend jetzt links? Wenn wir Blinker hätten vielleicht. Das da fehlt was. Nicht so viel. Warnleuchten. Rechtes Blinklicht. Hupe. Äh. Tut auch eher nicht. Okay. Space. Nice. Ach so. Handbremse war. Dings. Ah. Gut. Gut. So. Einmal ausschalten. Perfekt. Oh. Wenn wir uns hier in ganz... Was war das denn? In ganzem Glanz angucken. Apropos Glanz. Wir können ein bisschen putzen. Wir können auch ein paar... Hier können Türen dran machen und so. Ja. Ein bisschen aufmöbeln. Putzi Benzin. Wir können ja Benzin mal voll machen. Vielleicht. Wie funktioniert das denn hier? Oh. Mal wegschmeißen. Ah. Benzin. Zack. Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber hey. Das kennen wir ja. Öffnen. Ach so. Öffnen. Montieren. Öffnen. Ah. Okay. Füllen sie. Dann füll mal. Hm? Es schlubt. So. Und jetzt? Ah. Okay. Zack. Geil. Was? Start 9. Ah. Wahrscheinlich State, oder? Irgendwie der Zustand oder so. Was sind die Start 9? Hins Räder. Gut. Haben wir da irgendwas gesehen, wo man Öl reinfüllen kann? Und eventuell sollten wir das betrunkene Pinkeln ersetzen durch... Warum habe ich das so weit weggestellt, Mann? Durch Wasser oder so? Aber hey. Ich meine. Was soll's? Warum drückt er nur die Kupplung? Weiß ich nicht. Ich wollte eigentlich rückwärts. Ah, jetzt. Oh, hell. Aha. Ich glaube, es wird dunkel. Okay. Ähm. Ja, ja. Motor. Mal gucken. Achso. Doch. Motoröl. Tatsächlich. Da ist ja Motoröl. Einfüllding. Sie. Ziehen. Benzin. Pisse. Nicht so. Na gut. Wir hatten hier aber irgendwo... Da. Motoröl. Ah. Nehmen wir das hier. Tja. Äh. Na. Ah, jetzt. Ah. Ne. Falsch. Falsch. Moin, Pain. Hallo. 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 Will ich nicht. Ah. Da, oder? So. Ah, jetzt. Perfekt. Perfekt. Ich mache es weg. Vielleicht sollten wir den Rest mitnehmen. Ich weiß nicht, wie viel Öl dieses Auto verbrauchen wird. Oh, jetzt. Ah, das ist ja. Schließen. So. Ich packe es mal ein. Boah. Ob es an Ort und Stelle bleibt. Keine Ahnung. Werden wir erfahren. So. Kann ich das hier? Muss ich das hier noch zumachen? Nö, ne? Doch. Gut. Ah, perfekt. Perfekt. Kann ich schlafen? Wenn ja, wo? Hier. Nicht? Was? Erstes Mal. Ja. Ah. Sehr spannend. Und ich habe das Spiel tatsächlich, war die Demo hier tatsächlich bei einem gewissen großen, großen Streamer mal gesehen, wollte es mir selber angucken. So. Und mit Long Drive haben wir schon so einige Erfahrungen gesammelt. Deswegen, ja, mal schauen, wie sich das so vergleicht. In der Nacht 50 Kilometer, das weiß ich nicht. Da steht nur die Nacht nach 50 Kilometer verbringen. Ich glaube, für die 50 Kilometer werden wir mehr Zeit haben. Ich muss schwer hoffen. Aber wenn ich hier so drin sitze, kann ich hier irgendwie higher machen oder so? Nö, wäre nicht so. Im großen Bärtigen. Ja. Ja. Noch bärtiger als ich. Hm. So ist es. Gut. Tür. Ich wollte die Tür montieren. Machen wir das mal. Ich vermute fast mal, die anderen Sachen werden wir eher vielleicht unterwegs finden. Es wäre ja auch zu einfach, sonst montieren. Zack. Ah, perfekt. Passt sogar farblich. Hey. Oh, ist gezeichnet. So. Können wir damit hier irgendwas machen? Nö, mal. Hm. 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 Noch nicht. Oh, jetzt blinkt's. Ach, guck. Es blinkt sehr schnell. Wollen wir mal. Ah, ja. Ja. Es funktioniert. Immerhin. Gucken wir mal rum. Was war das hier? Das war das Benzin. Right. Also, was haben wir denn hier? Irgendwie einen Generator. Kann man nicht viel mitmachen. Nehmen Sie. Bla. Wasser. Ganz viel Wasser. Wasser. Ah, ja. Das sollten wir vielleicht auch mitnehmen. Oh, Türen. Perfekt. Gib mal. Gib mir das. Wo gehört sie hin? Nicht hier. Oder? Hier so. Ah, ja. Farbe passt nicht ganz. Aber hey. Wollen wir mal nicht meckern. Nur ein bisschen. Das hier könnte fast eine Hecktür sein. Hallo, Luke. Na? Wir machen eine kleine Reise in unserem Regenbogenauto. Früher oder später vielleicht. Eventuell. Ah. Hm. Ui. Da. Was haben wir hier? Goat. Natürlich. Nicht weniger als das. Das habe ich auch gesehen. Dass der gewisse Streamer ein bisschen gesucht hat. Der hat allerdings auch ein anderes Auto. Ein bisschen gesucht hat, wo man das so montieren kann. K.O. von gestern. Was? Was hast du getan? Will ich das wissen? Darfst du das hier erzählen? Hm. K.O. Von Ström gestern, ey. Wir haben uns komplett fertig gemacht. Hier nicht. Ah, ja. Und da wird es wieder hell. Ja, das ist ja sehr gut. Da sehen wir vielleicht auch mehr Dinge. Was ist das denn hier? Ist das was für vorne? Ist das eine Mini-Stoßstange? Mal gucken. Nee. Was könnte das denn sein? Irgendeine Zierleiste. Wirklich? Haha. Siehst du? Wer kennt sich hier mit Autos aus? Noch ein Goat. Kann man das hinten montieren? Mal gucken. Schneller als unser Schatten laufen wir hier. Ja, perfekt. Sehr gut. Habt ihr noch irgendwo eine Tür rum existieren sehen? Wir können allerdings auch mal losfahren. Gucken, was passiert. Wasser wollte ich noch einpacken. Können wir irgendein Behältnis dafür verwenden? Ja, so ein paar Lichter und so wären auch nicht schlecht, ne? Eigentlich. Können wir irgendwelche Kisten aufmachen? Enttäuschend. Ja, was für einen Behälter nehmen wir denn? So ein ganzes Fass ist vielleicht ein bisschen übertrieben. So ein 20 Liter Benzinkanister. Ach, hier ist schon Wasser drin. Guck mal, wir nehmen das hier mit. Ich fülle das noch, wenn das irgendwie geht. Ein Radio wäre vielleicht als Entertainment gar nicht so schlecht. Ja, das ist vielleicht eine Maßnahme. Äh, öffnen, ne, 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 kann ich das da irgendwie hinstellen? Kann ich das Ding drehen? Achso, da, Rotation, Alternative, Objekt drehen, Mitte. Ah, perfekt. Äh, so. Zack. Weiß ich nicht so recht. Weiß ich nicht so recht, ob das so funktioniert? Hm. Hm. Kann ich das da dran flanschen? Ja, das ist ja enttäuschend. Vielleicht, äh, vielleicht, vielleicht, wenn ich so, äh, so ein bisschen, äh, da, da, da. So. So. Ah, jetzt muss halt auch zielen. Ah, wäre gut. Hm, hm, wir machen mal mit. So. So, nur aufpassen, dass das nicht in den selben Behälter geht. So, schließen, zack. Geil. Ah, so ein bisschen Wässerchen. Keine schlechte Idee. Prost. Prost. Hm, hm. Hm. Hier tue ich besser nichts rein, sonst fällt das raus. Ah, fehlt was. Ah. So. Zack. Geil. Warte mal, ich hab jetzt, ich hab hier nur, ich hab hier nur Öl, ne? Eventuell sollte ich noch, ach, ich packe einfach das hier ein. Ist auch gut. Bönzin. Zack. Zack. Bah. Passt schon. Das passt schon. Ich start mal. So. Wir müssen ja auch für unterwegs noch irgendwas uns übrig lassen. Oh. Ach, wir werden schon was finden. Ach, wir werden schon was finden. Ich geh mal kurz noch, ich geh mal kurz noch pinkeln. Und, äh, ja. Dann starten wir. Ich bin sofort wieder da. Einen Moment. und zu Kaffee treibt. Und, äh, ja. Bis gleich. Das war's. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, aber hier vorne ist die Tür da. Dürfen nicht dann nach hinten purzeln und dann rausfallen. Das wäre schlecht. Das wäre nicht so gut. WB auch. WB, WB alle. So, jetzt aber hier. Okay. Das klingt ja schon mal sehr solide. So, jetzt mal. Zack. Gut. Klingt auf jeden Fall sehr gesund. Oh, da oder da dann? Ja, das ist auch egal. Ich will mal eben was probieren. Wenn ich den Controller jetzt anmache. Funktioniert das dann eventuell? Irgendwas passiert. Oh, sehr gut. Können wir GTA-Style machen. Zum Fahren einfach einen Controller nehmen, oder? So. Das klingt aber kernig. Wenn man es positiv ausdrücken will. So, wir haben jetzt 0,0 Kilometer. Ich glaube, das ist nicht die richtige Richtung. Da ist die Straße zu Ende. Okay. Oh. Funktioniert schon mal nicht. Was wäre denn Handbremse mit dem Controller? Ah, ja. Das ist der Anlasser. Okay, okay, okay. Okay, sehr gut. So, einmal wenden. So, wir können natürlich auch querfelde einfahren. Das würde ich auch in begrenzten Maße. Ob uns das wirklich, nun ja, voranbringt, weiß ich nicht. Brauchen wir erstmal einen Jeep. Gut. Wir sind unterwegs. Gibt es eine? Ah, hier eine andere Kamera. Perfekt. Kamera klebt ein bisschen sehr krass hinterm Auto. Es geht. Es geht. Gibt es eventuell auch Scheiben? Ach ja, Tatsache. Ich glaube, teilweise sind Scheiben da drin. Aber hier hinten eher nicht so. Scheiben sind optional. So, muss ich zurücklehnen. Ich glaube, ich habe es richtig gemütlich. Ich will ja auch während der Fahrt pinkeln können. Ich frage nur so. Effizienz steigernd, dachte ich. Ja, ob der Sand hier dem Auto so gut tut, unsicher. Wir können es probieren. Und? So. Der Rosenstall auf. Nee, scheint nicht zu gehen. Schade. Oh. Na gut. Oder gehen generell. Doch, Tastatur geht. Wir haben Lichtcontroller genutzt. Naja. Ist vielleicht noch so ein Skill. Den wir erstmal lernen müssen. Ja. Die Punica-Flasche müssen wir erstmal finden. Die mit dem Superschluck. Wenn ihr versteht. Ja. Ja. Der Tacho wackelt. Ja. Wenn es nur das ist. Wenn das das Schlimmste ist. Hier ist es irgendwie diesig. Ein bisschen. Wenn es nur das ist, dann kann ich damit leben. Ja. Zwischendurch einen Schluck nehmen. Wo möchte ich hin? Ich möchte, also primär möchte ich 50 Kilometer hinter mich bringen, glaube ich. Ja. Also das hier ist nur die Demo. Nehmen wir auch links oben. Könnt ihr nicht so gut sehen. Unter der Anzeige. Und hier ist die Aufgabe 50 Kilometer zu schaffen. Und dann irgendwie die Nacht da zu verbringen. Oh. Was in der vermeintlich irgendwann kommenden Vollversion der Fall sein wird. Weiß ich nicht. Ist irgendein irgendwas. Wir gucken mal. Mindestens. Ja. Also ich meine. Können auch 500 machen. Mal schauen. Oha. Da ist wirklich was. Hm. Sieht ein bisschen danach aus. Nicht wahr Jay? Ja. Und wie war jetzt Handbremse? Ah. Jetzt. Und. Zack. Zack. Sie sind dehydriert. Oha. Müssen wir mal hier. Mal gucken. Motoröl. Vielleicht nicht. Hier. Wasser. Nehmen wir das. Ach shit. Können wir daraus direkt trinken? Oder geht das gar nicht? Ich bin gar nicht so sicher. Wenn ich es denn irgendwie rauskriege. Können ja so. So. Dann drehen. Achtung. Das funktioniert. Einwand frei. Ein bisschen was daneben gegangen. Aber hey. Immerhin. So. Hier mal einen Strommastwinkel. Was auch immer es ist. Ich frag mich so ein bisschen. Ob man da reinkommt. Die andere Frage ist. Ob man da wieder rauskommt. Kann ich aufs Auto drauf? Eh. Na ja. Ach ja. Ach ja. Momentchen mal. Ist vielleicht ein bisschen. Was war das für ein Geräusch? War das Hunger? War das mein Magen, der geknurrt hat? Vielleicht ein bisschen näher ran, oder? Hallo. Hallo, Kabi. Na. Ja. Wir spielen Long Drive 2. Papa. Ach so. Vielleicht sollte ich hier einmal rumgehen. Eventuell kann man da auch einfach so reingehen. Aber hey. Das wäre ja zu einfach. Hallo, Markus. Nein. Ach, Quatsch. Ich will das jetzt wissen hier. Moment. Ja. Ja. Vielleicht. Ick. Oh Mann, ey. Kann ich auch so? Ah, ja. Hat wieder so ein komisches Geräusch gemacht. Vielleicht ist das auch das Auto. Wir sind ja immer noch voll weit weg. Es sah irgendwie näher aus. Naja, das funktioniert nicht. Gut. Hey, ein Tor. Guck mal. Hier. Und ihr wolltet mich hier hüpfen lassen. Ja, 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 ja. Benzin. Und ihr lasst mich hier aussehen wie der letzte Honk. Ey. Ich mach hier. Betrunkenes Pinkeln. 42%. Sagst du doch nein. Was? Quatsch. Hab ich jetzt nicht gesehen. Benzin. Mhm. Wasser. Ja. Prinzipiell ja. Wasser. So. Noch ein bisschen Wasser mitnehmen. Oh. Ah. Zu viel Energie. Und was haben wir hier so? Wir haben eine weitere Tür. Welche brauchen wir denn? Ist das zufälligerweise die? Ja. Oh. Ah. Hm. Leuchtet so ein bisschen wahrscheinlich die Straße. Gut. 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 So. Zack. Ich wollt grad sagen, dann zieht es auch nicht mehr so. Aber nja, ohne Windschutzscheibe ist das echt ein bisschen schwierig. Ja. Hm. Kommen wir da hoch? Ah. Hm. Ich glaub die... Ist da eine Leiter? Fängt erst da oben an. Na gut. Was? Nehmen sie. Nehmen sie was? 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 Hä? 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 Was? Hä? Ich weiß nicht, was es tut, aber gut. Oh. Hier kommen wir ja rein. Ach ja. Was ist denn das denn? Es ist Cola. die ist bestimmt noch gut. Ach, die ist bestimmt noch gut. Hm. 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 Kisten, Monitore, bla, wer hat sich denn hier verschanzt? Können wir irgendwie plündern, ne? Was gibt's hier? Es ist, was ist das denn? Ist das vielleicht, also entweder was für einen Motor, kann man da einen Ventilator dran machen, oder ist das ein irgendwas mit Luft? Ich glaube, das ist irgendwas, was pusten kann, oder saugen, oder beides. Kommt drauf an, von welcher Seite man es betrachtet. Haben wir einen Blinker? Ah, wir müssen blinken, ausprobieren. Moment. Gameshop war so ein bisschen spezifisch, aber hey, warum eigentlich nicht? Ja. Irgendwie nicht so passend aus, aber wir probieren's mal. Moment. Könnte ich einfach so? gleich, wenn der Motor läuft. So, hungrig. Oh, oh, oh. Oh, oh. Scheinwerfer sind theoretisch an. Ne. Irgendwie im Arsch. Nach vorne. Ja, das sieht richtig aus. Ah, perfekt. Das ist besser. So. So ist richtig, glaube ich. Haben wir noch irgendwas zu essen, vielleicht? Ähm, also hier haben wir ein Kühlkühl. Das ist ein Pedal. Aha. Äh. Äh, weiß ich nicht. Wenn's nicht so sehr spoilt. Äh, Pisse. Ja, Pisse ist prinzipiell nicht schlecht, aber können wir diese Scheibe hier nehmen? Platte ist eine Scheibe. Ja. Vorne oder hinten? Ja, das sieht nicht richtig aus. Äh, äh. Ist eher so für die Seite, oder? Oh, ich glaub Seitenscheiben Scheiben haben wir. Jetzt pustet es. Hm. Naja. Über mir. Über mir? Über mir? Hier? Ach, es ist eine Dose. Ah, sehr gut, danke. Hm. Perfekt. Warum halte ich alles für perfekt heute? Ich weiß nicht. Es ist ein perfekter Tag. Ah, zum Tor. Ah, ist ja viel zu anstrengend. Das seh ich jetzt nicht. Wir fahren einfach weiter. Hm. So, kann ich hier irgendwie? Oh, sieht doch gut aus. So. Hm, hm, hm. Hier sind bestimmt noch voll die Sachen, aber egal. Ich geh weiter. Hm. Ich hab was gegessen. Jetzt kann uns nichts aufhalten. Ja, ich will noch mal gucken. Ich will noch mal gucken, ob ich irgendwas vergessen hab, aber ich fahr tatsächlich mal das Auto hier nach vorne. So. So. Zack. Hab ich auch eine Taste für an und aus machen? Hm. Funktioniert. So. Zufrieden? Benzin, Benzin, Benzin. Ganz viel Benzin. Gut. Hier haben wir... Ne, das ist die leere Dose. Schade. Schade eigentlich. Ist das hier... Es ist immer noch das Pedal. Right. Hier war sonst nur Palette. Na gut. Na gut. Wie viel Benzin verbraucht, können wir mal gucken. Hui. Au. Also. Das ist folgendermaßen... Was? Hatten wir nicht voll gemacht? Das ist aber ein ganz schöner Verbrauch, du. Atemberaubende Grafik. Ja. Muss man alles relativ sehen. Relativ zu Space Invaders. So. Oh. Halt. Ja. Ding. Zack. Und zack. Ich hab hier aber schon, äh... Oder? Qualität. Oder muss man es hier noch irgendwie bestätigen? Keine Ahnung. Ne. Es ändert sich was. Gut. Gut, gut. Ich finde, es könnte ein bisschen lauter sein. Ich hab schon hier auf volle Pulle... Also hier auf... Da auf volle Pulle gemacht. Musik. Ja, Musik haben wir noch nicht. So. Was? Was? Ne. Nix. Schlauerweise sollte ich wahrscheinlich... Ach nee, wir haben ja noch unser Wasser. Das ist hier anderes Wasser. Nehmen wir das. Ja, close enough. Da war ein Radio. Moment. Oder meinst du vorhin Radio vergessen? Jetzt haben wir kein Radio. Ja, das kann natürlich sein. Oder habt ihr irgendwo eins gesehen? Ja, zu Hause. Na gut. Sollen wir nochmal zurück? Ne. Ne, 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 ne. Zurück ist keine Option. Es sei denn, ich vertue mich in der Richtung. Dann geht's ganz schnell zurück. Da die Straße... Erstmal die Straße wieder finden. Doch, ich glaube, das sind irgendwelche Weifeln. Ja, ich habe mir nicht gemerkt, ob die Dinger rechts oder links waren. Mal gucken. Sehen wir gleich an der Anzeige. Ah, so ist gut. Rechts also. Gut. Roadtrip. Und noch ein Schlückchen Kaffee. Für mehr Geschwindigkeit. Die Scheibe hinten ist auch sehr schön. Sehr schmückend. Hallo, Step. Sagen wir mal, heute kommen aber alle vorbei, oder? Ich bin sehr froh, dass ich die Lautstärke ein bisschen hochgedreht habe. Mehr fürs Feeling. Oh, danke schön. Danke für die Bits, Jane. Sehr nett. Ja, wahrscheinlich. Lorelei ist... Lorelei ist durch. Da kommen sie alle rausgekrochen. Hachani fehlt noch. Das stimmt. Angeschlagen. Was? Wer hat ihn gehauen? Was? Wer wagt es? Hat er denjenigen wenigstens moderiert? Wegmoderiert. Ah, aber ja. Gute Besserung. Gute Besserung. Sag mal, was ist das für ein Canyon hier, wo wir durchfahren? Oh. So ein Auto, wie wir... Ja, ist so ein Auto, das wir haben und noch ein bisschen weniger, ehrlich gesagt. Aha, da spielt noch jemand enger Foot. Sehr gut. Ich kann, glaube ich, Richard ein Lied von singen. Ja, wir gucken mal. Also hier ist Benzin drin. Ich nehme das eine Auto so und flansche das an das andere dran, oder? Zum Befüllen. Ach, du bist schuld. So, so, so. Ja, ja. Hier ist ja überhaupt gar nichts dran. Wir stecken das eine auf das andere, ja. Hier ist ja absolut überhaupt gar nichts. Aber guck mal, was man ja alles ausbauen kann. Ne, hier ist was. Was ist das denn? Es ist ein... Ich glaube... Ich glaube, das ist der... Das Schloss. Irgendein Geräusch. So. So. Oh, falsche Taste. Na. So. Jetzt. Was war... Was war das da? War das das, was ich weggeschmissen habe? Moment. Es ist eine Batterie... Ach, hier liegen ja voll die Sachen. Ja, Mensch. Was denn daten? Es ist ein... Es ist ein... Ich glaube, es ist ein Schaltknauf. Gut. Und das könnte noch eine Zierleiste sein. Ach nee, hier ist schon eine, oder? So. Sieht man ja, wie... Ach so. Ja, das habe ich bei ihm auch gesehen. Ich habe es zwar bisher, bis gerade eben schon wieder vergessen. Jetzt erinnere ich mich wieder. Gut. Eine Tröte. Eine Tröte. Aha. Ist das vielleicht wirklich zu... Können wir dann hupen, wenn ich die an die richtige Stelle einbaue? Das wäre eine sehr merkwürdige Hupe, aber... Wer weiß. Irgendwie... Bier. Wirklich! Hm. Ach, ich... Ich habe eine Vermutung, was da Geräusche macht. Vielleicht, dass da ein Geschirrspüler... Ich habe den... Kann das sein? Ich habe ihn vorhin programmiert. Hm. Hm. So. Ähm. Ja, Hupe. Können wir ausprobieren. War hier noch ein anderes Licht? Längliches? Immerhin leuchtet die Seite, ja. Vielleicht können wir es auch vorne dran machen. Ist das hier ein Radio? Nee, ne? Ach da. Ist das ein Licht? Das kann sein, ja. Und warum blubbern wir die ganze Zeit so? Und hier? Geht das... Geht das auch an der Seite? Oh, falsch. Moment. Schon voller Stromverbrauch. Außerdem hätte ich einen Motor ruhig ausmachen können. Aber naja. Na. Jetzt. Ah, sehr gut. Sehr gut. Hi, hi, hi. Fein, fein, fein. Ich glaube, das ist nur ein Tacho, oder? Vielleicht. Vielleicht blubbern wir einfach so ein bisschen, weil... Bauch. Was ist denn dann da neben... Egal. So, weiter. Ich muss ein bisschen Strecke machen hier. Ach, wieder falsch das. So, das Telefon selber. Meinst du, das ist was? Das kann sein. Das kann natürlich sein. Äh. Wir können es nehmen. Bah. Da scheint nicht viel zu funktionieren. Oh, gut. Ich glaube schon. Oder die zeigen dann beide jeweils die Hälfte an. Hm. Um in der Summe auf den richtigen Wert zu kommen. Ich glaube, so funktioniert das. Lasst euch das vom Autoprofi sagen. Hm. Was steht da rechts unten? Baba? Ich glaube, das ist der Baba Meter. Apropos Baba Meter. Wir müssten eigentlich irgendwann mal Baba weitermachen. Telefon geht. Habe ich nicht rausgefunden, wie... Hätte ich vielleicht nochmal links klicken müssen? Ich habe mich drauf geachtet. Ach, wir finden bestimmt noch das nächste. Irgendwo. Irgendwann. Wenn wir da ankommen. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Hup's jetzt. Gute Frage. Ähm. Was? Ich glaube, ich muss gedrückt halten. Sogar verschiedene Melodien, oder? Was? Äh, ja. Was haben wir denn hier? Kann ich? Ah, R... 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 1... Scheint nicht so zu funktionieren. Oder ist das hier R1? Nee. Ich mach's so. Hm, hm, hm. Hm, hm. Sieht ja ein bisschen strange aus. Hier wabert's ganz... Hä? Ganz komisch. Hm. Ist bestimmt wegen unserer Beleuchtung. Können wir hier aufmachen? Äh, ja. No smoking stop motor. Gucken wir gleich. Closed mechanical repairs. Hm. Äh, golden gasoline. What's about our weekend special? Safe driving. Safe driving ist das weekend special. Hm? Hm? Es hängt irgendwie zusammen, ja. Unser Motor anfängt zu qualmen, doch. Da ist alles vorbei. Start 9. Wir haben einen Start 9 Reifen. Können wir den hier? Ist der irgendwie besser? Nee, wir haben auch Start 9, ne? Hm. Hm. Oh. Oh. Äh. Moment. Heißt das, wir müssen so ein Rad auch erstmal zusammenbauen und dann, äh, hm. 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 Ganz ohne Wagenheber. Sind halt so stark. Äh, Drive Beyond Horizons. Na guck. Sehr hübsch. Weitere Reifen. Die weitere, nee, es ist kein Einzelteil. Es ist ein Fleck. Hm. Hm. Ich glaub, ich glaub schon. Aber können wir gleich nochmal gucken. Die alle aus neuen Staaten sind. Können wir hier Licht anmachen? Ah. Oh. Oh, Farbe. Aha. Ach ja. Putzen könnten wir natürlich auch mal. Theoretisch. Ist das Auto uns das wert? Ist eine andere Frage. Da haben wir hier Benzin. Wasser und Benzin. Ja, geil. Jede Menge Putzzeug, doch. Eigentlich müssten wir es ausnutzen. Benzin, Benzin. Ein bisschen Benzin können wir bestimmt auch gebrauchen hier. Start 9. Hä? Original, oder? Also, momentan ist es noch eine ziemliche, also muss man einfach so sagen, eine ziemliche Kopie. Und wenn hier, äh, ein Benzinmotor. Ist das hier? Ach, das ist hier wahrscheinlich das Radio, ne? Ach. Oh. Ja, das hab ich auch zu Hause gesehen. Aber ich dachte, es ist nur so aus Scheiß da. Ah. Jetzt. Ich fahr mal. Es schneit übrigens. Aber ganz krass. Hab ich mich doch nicht verteidigt. Ich hab eben so gedacht, hä, was fusselt denn da so rum? Aber das war ja wirklich Schnee. Ach, das ist aber eigentlich ganz hübsch. Ich versuch da mal ein bisschen ranzufahren. Dann können wir Sachen machen. Oh. Tja. Hm. Ja, ich mein, also, kann man halt machen, was zu kopieren. Aber, ja, wie ein gewisser anderer, oh, Strömer auch schon gesagt hat, da könnte man die Gelegenheit auch nutzen. Also, jedenfalls hab ich, 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 äh, ist jedenfalls so verstanden, dass er das so sagen wollte, dass man da ruhig ein bisschen, äh, noch ein bisschen was dazu machen könnte halt bei der Gelegenheit. Wenn man sich schon die Mühe gibt. Weiß nicht, ob da hinten irgendwas ist. Keine Ahnung. Ich fahr da mal rein. Oh. Oh. So. Na, ja, gut, die, die Bugs, die sind ja irgendwie Teil des Spaßes. Oh, geht doch. Die Bugs sind ja teilweise auch durchaus Teil der, des Prinzips. Aber, ja, halt so ein paar, weiß ich nicht, paar andere Features, andere Missionen. Ich weiß ja nicht, was da noch kommt in der Vollversion. Vielleicht machen die ja auch was draus. Mehr Gegenstände, mehr Dinge. Und, geht das? Hm, es ist vielleicht nicht das Richtige dafür. Ich darf mit. Und, ja, nach Essen könnten wir auch mal gucken. Das ist eigentlich ein guter Punkt, ja. Das scheint es irgendwie nicht zu sein. Ist nicht so die Erfüllung. Funktioniert das denn? Ein bisschen näher ran. Können wir probieren? Trinke ich die Farbe gleich? Oh. Das geht auf jeden Fall. Okay, probieren wir nochmal Bürste. Bürste. Hm, ganz nah ran. Oh, doch, tatsächlich. Da geht was. Oh, schön über die Scheibe auch. Ah, dann macht's Schwing. Schwing. Hm, sehr gut. Ist ja sehr befriedigend auch dann. Schwing. Ja, polieren können wir auch noch probieren. So ganz glänzend ist es irgendwie noch nicht. Aber hey, ist schon besser als vorher. Na, geht das? Ist die Bürste kaputt? Ne. Ist noch zehn, oder? Ist noch zehn Bürste. Ah, Hocken ist vielleicht, das ist eine Idee, ja. Wir sollten allerdings wirklich mal nach Essen gucken. Ja, zur Not so ein bisschen Farbe gehaltvoll. Äh, was ist das da? Ne, nicht so. Lenkrad. Ist ja wirklich nix. Ist draußen noch irgendwas? Hm. Hm. Scheibe können wir probieren. Wir müssen gleich mal weiterfahren. Das Geblubber, oder? Ist so. Hm. Ich glaub da, warte mal, warte mal. Müssen die hier wahrscheinlich erst mal rausnehmen. Das Geräusch. Kuik. Sehr gut. Hm. Bestätigendes. Kuik. Hm. Ich könnte natürlich auch, wir könnten natürlich auch die Putzsachen einfach mal mitnehmen. Und erst mal ein Restaurant suchen. Hm. Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen mit dem Essen. Nicht, dass wir dann irgendwann umfallen. Oh. 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 Flucht. Ich bin so geschickt. Ja. Hier noch ein paar Schwämmchen. Ach, damit kriegen wir das Auto bestimmt fünfmal sauber. So. Das macht mir nämlich gerade ein bisschen Sorgen. Äh. Äh. ganz, Jetzt. Ah. Äh. 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 Ganz, ganz schnell. Ja. Musik. Theoretisch ja. Äh. Äh. Was macht man das denn an? Einschalten. Horizon Classic. Geil. Ein bisschen lauter machen, theoretisch. Hört ihr die Musik? Der Auto ist sehr gut schallgedämmt. Ich glaube, die fehlende Scheibe... Ist da eine Scheibe drin oder ist da keine Scheibe drin? Ich glaube, das hilft nicht gerade. Was? Oh, da... Halt! Halt. Aha. Boxen sind schallgedämmt, ey. Ah. Das wäre ja eigentlich theoretisch ganz schön. Ah, ist sehr auseinandergenommen. Nee. Nee. Nee, nicht so. Was ist das hier? Trinken? Alkohol. Naja, vielleicht hilft es ja was. Und wieder so ein Ding. Trinken sie. So. Das ist ein... Es ist... Das ist, glaube ich, ein Licht. Okay, die Musik hilft ein bisschen. Wanken wir? Oh, tatsächlich. Zu viel Alkohol. Hallo. Hallo? Ah, näher ran hier. Hallo? Hallo? Ich klicke. Macht nix. Brauchen wir Coin? Bitcoin? Coin. Äh, ah ja. Es freut mich ja auch, aber kann ich jetzt auch nicht so richtig gut essen. Wäääh, der ist voll am Rumwanken. Gibt mir das. Zack. Tipp zum Telefon erzähl. Hui. Was ist das denn? Da, da ist was. Da ist was. Ah. Ah. Es ist ein... Oh, ein Nachtsichtgerät. Was ist das denn? Was? Oh. Ein Gegenstand, Dingsisuchi. Aha. Wenn ich angerufen werde. Okay, okay. Alright. Dann stellen wir uns einfach neben das Telefon und warten, oder? Dingsisuchi halt. Oh. Nehme ich mal mit. Ding, 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 ding. Oh, das ist schon ein bisschen geil im Sieg auch. Ich weiß nicht, wie viel Sprit wir noch haben, aber hey. Puh, 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 puh. Genau. Was trinken. Ja, trinken auch. Mal essen noch mehr. Und Pipi ganz viel. Na, ich kann mal ja das eine mit dem anderen kombinieren. Up next, we have a fantastic track lined up for you and its name is Run away. Sit back, relax and let the nostalgia... Ah, wahrscheinlich wird's irgendwann repetitiv. Naja, vielleicht reicht's ja für die Demo. Ding, 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 ding. Das ist echt kritisch, oder? Wenn's so alles so zugeschneit ist und dann noch niemand drüber gegangen oder drüber gefahren ist, so im Real Life, dann ist echt gar nicht so klar, wo die Straße anfängt und aufhört. Unter Umständen ganz kritisch. Oh, hier muss es was geben. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ding, 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 ding. Hier muss es auf jeden was geben. Oh. Oder hier waren schon andere. Da, trinken, trinken. Tanken könnten wir auch. Ja, hier Bier zum Beispiel. Was? Radler. Ah, hier. Geil, geil, geil. Ist das alles zum Essen? Das würde ich aber taken, no. Ja. Sehr geil. Was ist das hier? Irgendwas, was meinen Magen blubbern lässt. Gib her. Pferden Lachs. Vielleicht blubbert er ja vor Freude zur Abwechslung. Boah, das muss ich mitnehmen. Boah, ey. Das ist ja hier. Motherload. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Naja, gut. Sonst nix. Ist das hier alles Bier? Hm. Hm. Ja, es ist ja schön, aber. Hm. Verwenden. Ah. Sehr gut. Ach, guck. Ach, das ist ja richtig gütig hier, Mensch. Oh, jetzt habe ich nicht darauf geachtet, ob das... Ne, es ist Rage. Rage fit ist es. Es gibt uns die nötige Energie. Ich wollte gerade sagen, ob es Bier ist, aber ne. Ah, ich glaube, ich fahre hier vor. Dann können wir direkt Sachen einladen. Ist gut. So. Können wir hier was tanken? Ach, das wäre eigentlich ganz schön, aber naja. Ist jetzt auch nicht ganz unrealistisch, wenn es... Ich habe nichts gesagt. Kann man. Wir werden uns gleich Sitt trinken, aber erstmal hier... Sekunde. Ach, der macht auch automatisch an hier. Automatisch ignition, wenn ich Gas gebe. Sehr gut. Oh, hier ist ein... Hallo? Hm. Oh, noch ein Autochin. Na gut, ich hatte gerade andere Probleme, andere Prioritäten. Guck, wie schon... Ah, Mist, ist der Tank nicht rechts? Naja. Typisches Problem. In einem unbekannten Auto. So, wie viel haben wir denn noch? Oh, ja. Ja. Geht. Ähm. Ähm. Sorry. Das funktioniert. Geil. Fällt mir. Schlups. So, fast voll. Und hier ist auch Benzin. Okay. Na dann. So. Kann ich hier auch so mit rumsprudeln? Ding, ding. Sehr schön. Ding, 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 ding. Was kann der Motor so? Also, betrunkenes Pinkeln ist noch bei 5 Litern. Das ist gut. Motoröl ist auch noch voll. Ausgezeichnet. Gefällt mir. Was ist das da? Es ist eine Dose. Ich bin noch nicht ganz satt, aber fast. Wo packe ich die Sachen denn rein? Vielleicht hier vorne. Hier so ein bisschen. Na gut. Wasser. Hm. Wasser haben wir ja auch noch. Aber ich nehme mal ein bisschen was mit. Warum eigentlich nicht? Zack. Und. Wahrscheinlich geht es auch effizienter, indem wir uns einen großen Kanister nehmen und irgendwo Wasser auffüllen. Aber das Essen, das nehme ich auf jeden. Zumindest einen großen Teil. Das sind wir schon mal sehr gut gerüstet. So. Was ist das da? Ach so. Das sind andere Dosen. Na gut. Andere Getränke. Die Ungekühlten. Wobei. Wahrscheinlich wird hier gar nichts mehr gekühlt. Andererseits. Licht ist ja da. Einfach hocken. So. Oder? Ja. Ob die Dosen wohl an Ort und Stelle bleiben? Ich bin mir noch ein bisschen unsicher. Das werden wir wahrscheinlich auf die harte Tour lernen. Stabile Physik ist immer gut. Deaktivierte Physik noch besser. Oh. Apropos Physik. Wir müssten eigentlich auch mal wieder eine Runde Teardown machen. Hat der andere, weißt du das zufälligerweise, hat dieser andere Strömer eigentlich mal Teardown gespielt? Dieser gewisse andere. Und dieser gewisse andere. Das täte mich auch mal interessieren, das bei jemand anders zu sehen. Das ist so ein faszinierende Spiel, finde ich. Das ist so ein faszinierendes Spiel, finde ich. Why keep you hiding where the sun is dark? So, übertreibe ich gerade mit den Essensdosen? Weiß nicht. Ich weiß nicht so genau. Aber hey, das ist die Gelegenheit hier. Boah, ja, stimmt. Da konnte man sich ja durchaus eine blutige Nase holen. Ach, apropos. First Aid Kit habe ich auch nicht mitgenommen am Anfang, glaube ich, ne? Das nehmen wir mal. Ich weiß nicht, ob es irgendwas hilft, aber... Gut, und ein... Das ist ein Turbo, oder? So, können wir das einbauen? Ah. Ah. Ich vermute, fast mal ist nicht das richtige Auto dafür. Oh. Ich habe es irgendwie dran getesert. Irgendwie dran gefluppt. WB-Step. Ausgezeichnet. GG. GG. Eigentlich können wir mit dem Putzen weitermachen. Hier ist noch ein Radio, oder? So, wenn wir hier auch gerade so eine schöne Beleuchtung haben. Wo waren wir denn dran? Das ist ja ein bisschen doof, dass das hier so rausguckt. Na ja. Ist das hier schon fertig? Ist das hier schon sauber? Die andere Karre, ja. Können wir machen. Die sah mir... Hm. Ich habe mich nur nicht richtig hingeguckt. Die sah mir auf den ersten Blick ein bisschen zerlegt aus, aber... Ich habe mich auch nicht gut genug hing... Kann es sein, dass das hier schon sauber ist, aber poliert werden müsste? Hm. Schwing. Auf jeden Fall leuchtet es hier. Ja, das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Ach doch. Naja, gut. Also alles relativ, aber hey. Hier ist auf jeden Fall so ein Dingsi eingebaut. Und ein Bummsi und ein Dings. Bums. Ding. Sehe ich jetzt vielleicht nicht, dass wir die komplett fresh machen, aber ich könnte mir auf jeden Fall was klauen. Also ja, also... Gute Frage eigentlich. Ich würde so ein bisschen darauf spekulieren, dass wir vielleicht noch eine in besserem Zustand finden, aber vielleicht ist das auch ein bisschen viel verlangt. Aber jetzt haben wir schon so viel Arbeit reingesteckt in unser Auto. Ja, so ein bisschen liebgewonnen habe ich es ja schon. Könnten diese Räder hier natürlich nehmen. Wow. Oh, Mist. Ach, das ist aber ein bisschen cool, dass man die Sachen erstmal zusammenbauen kann und dann... Ah, ja. Ah, ja. Warum eigentlich nicht? Keine Ahnung, wie kompatibel das ist, aber... Schwing. Geil. Oh, es ist ja sehr dunkel. Ja, ja, gut. Und die... Oh. Die Sitze... Ach nee, jetzt habe ich da das ganze Zeug reingepackt. Ah. Den zweiten... Den zweiten war es... Ach so, das Rad. Ja. Es sah ziemlich rostig aus, ne? Hier. Gucken. Weiß ich nicht. So ein bisschen... Ein bisschen macht's... Ah, jetzt. Oh, ja. Funktioniert. Und die Bürste ist ziemlich durch. Ich probiere mal was. Hier mit dem Schwamm. Oh, ja. Guck mal. Oh, jetzt kommt die Grafik nämlich. Jetzt kommt hier RTX on. Zur Geltung. Aha. Jetzt wird mir einiges klar. Ah. Kann ich die andere Seite nehmen? Ne. Ich glaube, das ist nicht vorgesehen. Ich glaube, das ist nicht vorgesehen. Ich glaube, das ist nicht vorgesehen. Aha. Nein. Oh. Kaputt. Die Schwämme gehen ziemlich schnell kaputt. Mist. Verflucht. Na. Oh. 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 Macht's irgendwann Schwing? Ah, ja. Schwing. Ist das hier noch nicht fertig? Unsicher. Hm. Da werden auch die Scheiben richtig clean. Und jetzt müssen wir es eigentlich noch lackieren. Oh, die Schwämme gehen schnell tot. gut. Nehmen wir noch einen. Äh. Oh. Doch, da ist noch einer. Ja. Ja, aber auch kein Dreck. Es ist sehr praktisch. Auch noch eine Bürste, glaube ich. Bürste. Und ihr sagt, die sind zweiteilig. Also, kann man hier noch... Geht da noch was? In der Mitte. Ah, ja. Was ist denn da im Radio los? So, hier vielleicht noch. Na. Hin und her, hin und her. Schwingen. Und hier noch was? Nee. Oh, ist schon ziemlich gut. Ist schon ziemlich fein. Hat hier nicht noch einen Schwamm irgendwo hingelegt? Tiefer. Da. Aber das ist doch hier noch nicht fertig. Oder? Mua, 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 mua. Na, geht nix. Alter. Puh. Ich nehme den Schwamm einfach mal mit. Das gefällt mir sehr gut. Nur das hier gefällt mir nicht so gut. Im rausguckenden Behältnis. Naja. Kann ja nicht alles haben. Gut. Können wir noch irgendwas mitnehmen? Geld. Ich glaube, das wird eh nix bringen. Gut. Gut, gut, gut. Pinkeln. Pinkeln. Sekunde. So. Dann bediene ich mich gleich noch mal aus dem Laden. Was so Essen und Trinken angeht. Und dann geht's weiter. Pausschlag. Oh, Pausschlag. Zack. Natürliche Klimaanlage. Müssen wir nun den Mund aufmachen? Dann werden wir auch Sitt. Sitt hat sich auch nie durchgesetzt, oder? Da geht vielleicht noch ein bisschen was. Ach, das sind die auch schöne Emotes. So, dann sind wir ja perfekt ausgerüstet fast. Und der Schnee ist ein bisschen weniger. Na, das bist du wohl. Nein, die doßen. Geil. War hier eigentlich noch was? Welche Fässer? Oh. Oh, Glanz. Ui. Guck mal da. Guck mal hier, wie das glänzt. Puh. Boah. Naja. Ich trau dem Ganzen noch nicht so ganz. Ich trau dem Ganzen noch nicht so ganz. Vielleicht doch besser in den Kofferraum. Ah. Rosie. Ja, Rosie vermisse ich auch ein bisschen. Das stimmt. Ich finde mir noch irgendeinen. Oh. Oh. Oh, nee. Oh, nee. Es ist passiert. Es. No. Fuck. Vielleicht doch hier. Ich bezweifle ein bisschen, dass es hilft. Oh. Jetzt rollen die Dosen hier rum. Oh. Rosie hätte auf die Dosen aufgepasst. Oh. Wie schön festgeklemmt mit ihr. Was ist das denn? Was ist das für Geräusche? Soll ich die Kanister Innenraum packen? Ich könnte die Kanister Innenraum packen. Oh. Ist das so ein Code, den Aliens uns da vorsingen? oder? Ist das Radio kaputt? Nein. Was? Warum? Schon nichts gemacht? Dachte ich. Rollt da eine. Okay. Tschüss, Dose. Dann halt nicht. Dann halt nicht. So. Dann gehen wir eben getrennte, getrennter Wege. Ah, die hängt fest. Ah, so kriege ich die raus. Sehr praktisch. Oh. Hey. Nicht du auch noch. Oh. Zack. Oh, ja. Vielleicht sollte ich den auch noch. Und ja, die anderen Kanister, ach, die sind vielleicht ganz gut da. Die halten die Dosen bestimmt eingeklemmt. Ich glaube, das Radio bringt es nicht mehr. Nee. Nee, nee, nee. Nee, nicht so. Dann können wir uns halt ganz fokussieren auf die sonoren Klänge unseres Hochleistungsmobils. Oh. Ich glaube, da fallen wieder. Och. Dann halt. Dann geht halt. Dann halt kein Essen für uns. Das ist ja wirklich blöd. Wenn man einen Rucksack finden, wo man die Sachen sicher verstecken kann, äh, verstauen kann oder so. Oh. Was ist das für ein Schild? Äh. Was sind das für Sachen? Ah, ich glaube. So. Äh. So. Jetzt. So. Es ist ein. Oh. Ups. Ich muss niesen. Ich glaube, ich muss niesen. Uah. Ja, 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 ja. Hui. Danke. Ah. Was soll ich anmachen? Musik, oder? Ah, danke, danke, danke. Was haben wir hier? Es ist Wasser. Okay. Hm. Hm. Danke, danke. Hm. Weiß ich nicht. Momentan fühle ich... Fühle ich die Musik nicht. Na? Ach, ich hab dir... Da hatte ich ja was eingebaut. Stimmt ja. Ah, ja, was. Nein, sag doch sowas nicht. Nein, ich schließe mich hier ein. Hier werde ich nicht krank. Ich schließe mich hier ein. Ah. Gut. Äh, ja. Ansonsten hier haben wir noch ein Objektfinde-Dingsi. Wumsi. Ist hier noch irgendwas? Hm. Was ist das denn eigentlich? Achso, das ist der Kanister. Joah. Und das ist ein... Was ist das? Ah, äh... Hä? Was ist das? Ist das auch ein Blinker? Leiter benutzen? Gucken wir gleich mal. Oh. Hm. Hm. Okay. Keine Ahnung. Äh, sieht nicht so aus. Äh. Äh. Hm. Drahtbürste vielleicht. Äh, ja. Ja, so. Wolle ich's putzen? Oh. Okay. Ich weiß immer noch nicht, was... Ist das eine Münze? Äh, äh... Es glänzt auf jeden Fall jetzt. Aha. Es ist, ähm... Hm. Kann man's irgendwo montieren? Ja, könnte ich irgendwo montieren. Ja. Doch nicht. Nimm's mal mit. Oh. Sind die da? Hm. Das ist doch größer, oder? Hm. Ja, nee. Ich bin ein Lady. Ein Lady-Sachen. Erzähl. Pain. Erzähl. Was ist es? Ja. Tank. Tank? Ach so. Ist das ein Tankdeckel, oder? Also jetzt vielleicht nicht für das Auto, aber... Jetzt ist es weg. Keine Ahnung, wo's hin ist. Glaub da war's. Ah. Ah, ja. Jetzt. Der ist durchaus nicht... Nee, der ist nicht sehr poliert. Das stimmt. Das stimmt. Ah, ja. Perfekt ist es. Es ist sowas von geil. Alter, da... Oh, 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 oh. Da hab ich hoch. Entschuldigung. Verflucht. Jetzt komm ich da nicht mehr ran. Äh. Ähm. Oh. Es funktioniert nicht. Oh, ich hab's kaputt gemacht. Das ist das andere Rad. Ich lass es einfach so, wie's ist, okay? Wir lassen's einfach so. Ist gut so. Es ist... Es ist okay. Und was für eine Kraft ich habe. Ah. Ah, schnell weg, ey. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Äh, hä, hä. Äh. Gut. Oh, schnell weg. Da muss ich mir ganz dringend los, muss ich. Da oben ist theoretisch eine... Äh. Eine Antenne. Aber nee, komm. Weiter. Wobei, andererseits, unser ganzes Essen ist wieder rausgeplumpst. Ich gäbe es da was. Hab ich den Langfinger gemacht, ja. Oh, die Farbe passt aber ganz gut hier. Zu der Szenerie grad. Sag mal, speichern können wir nicht, oder? Eigentlich müssten wir einfach mal ein paar Kilometer machen. Müssten wir. Ja. Naja. Mal gucken, wie sich das verhält. Vielleicht kommt jetzt einfach erstmal 20 Kilometer nix. Was ist das denn hier? Ein Klo. Zack. Es ist... Es ist... Äh... Ja. Ja. Klo. Ja, gut. Nehmen. Wasser... Sucht... Ding... Sie... Äh. Ähm. Es ist sehr glatt. Nö. Weiter. Noch ein bisschen Kilometer machen. Wir haben uns noch nicht so richtig angeguckt eigentlich, ne? Oh, oh, oh. Ich habe fast Kupplung in den Arsch gemacht. Oh Gott. Was ist denn jetzt los? Vielleicht mehr als nur fast die Kupplung in den Arsch gemacht. Hä? Hä? Das ist... Das Geräusch ist neu. Ach, das muss der Turbo sein. Bestimmt. Das ist bestimmt der Kompressor oder so. Rückspiegel. Ach, Rückspiegel. Wer braucht hier Rückspiegel? Gibt es keine anderen Leute. Wer soll da ankommen? Oh. Wobei... Wer weiß. Oh, 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 oh. Ist das ein Haus? Da vorne. Das ist irgendwas. Ich glaube, das ist wieder so eine Garage. Können wir mal reingucken. Oha. Ist das unzerdicht, das da so leuchtet? Oho. Leuchtet es auf einmal so krass. Hm. Alter, was ist denn hier los? Ist ja hier... Diamantsprenkel im Boden oder so. Äh, was ist das? Ist das eine... Ist das ein Tankdeckel? Das wäre schön. Aber... Das können wir uns jetzt abschminken. Hier, wir haben einen weiteren Blinker. Der wahrscheinlich genauso wenig funktioniert wie der andere. Äh? Na? Ja, top. Ach ja, es geht. Ist ganz okay. Ist ganz okay. Wir haben Putzzeug. Wir... Ach, die sind von vorn. Ach, vielleicht... Ach so. Vielleicht passen die da irgendwo neben den Scheinwerfern rein. Moment. Moment. Das stimmt. Das hilft. Mann, ist der... Der ist ja Regenbogen ohne Ende. Äh... 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 Also hier geht's nicht. Ach, da unten... Und hier? Hä? Äh? Da ist eine Aussparung. Aussparung. Und hier? Und da? Und dort? Und dort? Auch hier ist es nicht symmetrisch. Es ist ein asymmetrisches Auto. Also gut, so ein bisschen asymmetrisches ist ja, ist klar, aber... Hier draußen? Äh? Okay. Aha. Funktioniert es jetzt mit dem Blinken? Tatsache. Goal. Müssen wir aber links blinken. Wenn wir hier schon so stehen. Hä? Hä? Habe ich die... Habe ich sie falsch rum montiert? Moment. Das würde zwar 0,0 Sinn machen, aber... Moment. Willst du mich verarschen? Du willst mich doch verarschen. Hahahaha. Aha. Ach, so funktioniert das also. Oh, okay. Hahahaha. Äh, das glaubst du doch selber nicht. Äh, hi, 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 hi. Gut. Ach, hier kann man noch was lernen, ne? So, Motorenöl, ja. Es ist so unfassbar. Hier ist komplett Ebbe. Komplett gar nix, ey. Irgendwo Wasser. Oh, ein bisschen Motorenöl im Wasser ist jetzt auch nicht so schlimm. Könnte man eigentlich mal... Warum ist das hier rot? Pisse. Mhm. Sind das vielleicht Dinge, die da nicht reingehören? Aber ich kann schon fast schon wieder pinkeln, was ist denn los? Na gut, ich hab einen Kaffee auch. Ah, noch nicht ganz aus. Könnte ich gleich... Schon wieder eine Pipi-Pause machen. Nur kein zwei Stunden, zwei Pipi-Pausen, was ist denn los? Katastrophe. Ich glaub auch. Ist das so? Haben wir noch irgendeine andere Farbe? Ist eine gute Frage. Wahrscheinlich. Was ist es? Blau. Was ist das hier? Gelb. Haben wir schon gelb? Und hier... Oh, das ist gülden. Pass mal auf. Hat er die geschüttelt? Hä? Das sieht bei Tag bestimmt besser... Bestimmt besser aus. Sieht im Moment eigentlich eher nach braun aus, ja. Finde ich aber sehr gut, dass es blinkt. Hier, ich mach einfach so... Hier so von vorne nach hinten so einen Streifen hier. So. Genau. Und der Rest wird... Gelb. Blau. Mal so ein bisschen, oder? Ein bisschen Konzept... Reinbringen. Es ist kein schönes... Es ist beileibe kein schönes Konzept. Aber naja. Gut. Gut. So kleine Quality-of-Life-Dinger haben die schon reingebracht. Gut. Ja, stimmt. Hier sind noch... Äh, äh, äh. So. Hier sind noch andere Dinger. Hier ist irgendwie ein... Rot oder so. Lala. Ja, Lala wäre auch nicht schlecht. Hm. Lala. Oh. Hotel. Okay. Ist schon jetzt. Hm. Hm. Ja. Hier so. Hier so. Der blinkt extrem schnell, oder? So. So. Haben wir noch irgendwas zu essen, oder trinken im Auto? Ist noch irgendwas übrig? Dann könnten wir mal kurz... Hm. Warnblinker weiß ich nicht. Äh, wir haben... Warnleuchten. Oh. Vielleicht ist es das. Ja. Ja. Disco-Modus. So. Ach, guck mal. Hier haben wir noch Sachen. Mh, 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 mh. Wenn es schnell blinkt. Das könnte darauf hindeuten. Ja. Das könnte natürlich, äh, da reinspielen, ja. Ah, Benzin, Motor, Öl. Ist das hier Wasser? Das ist Wasser. Dann nehme ich mal was. Hä? Oh. Ja. Wasser. Trink. Trink um dein Leben. Es funktioniert nicht. Er trinkt nicht. Er flucht. Warum ist das so? Nicht so? Ah, jetzt. Uah. Hilfe. Eigentlich brauchen wir überhaupt nicht viel zu trinken, aber... Ja. Das ist auch ein guter Hinweis, Trey. Ja. Kann auch drauf hinweisen. Ist das bei... Ist das bei modernen Autos auch so? Dass die schneller blinken? Also ja, ich habe das generell schon mal gehört, beziehungsweise gesehen. Aber... Keine Ahnung. War das eher so ein Nebeneffekt von den alten Schaltungen damals? Oder ist das bei den modernen auch so? Als Warnung quasi. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich das beim... Führerschein damals auch irgendwie gehört habe. Oh, was ist denn das hier? Ups. Also was ist denn hier passiert? Limonen-Eis. Muss ich gerade dran denken. Boah, ich hätte mir heute auch ruhig mal Eis kaufen können. Wenn ich so drüber nachdenke. Das hätte ich... Hätte ich durchaus machen können. Verdammt. Warum müsst ihr mich an sowas erinnern? Verflucht. Sag mal, was ist denn hier eigentlich mit dem Schnee? Bleibt das jetzt so? Oder... Ich frage nur so. Ich meine, ist das okay? Müssen wir ja ein paar Kilometer machen. Ab Kilometer 20 ist bestimmt Sonne. Sonne. Sommer. Frühling. Jo, sind 15 durch. Ach komm, wir fahren mal ein bisschen. Hui. Wir lassen uns jetzt nicht ablenken. Ah ah. Wir klemmen jetzt hier einfach das Gas fest und gehen der Zeit pinkeln. Das ist hier ein Autopilot-Modus. Was ich mir allerdings geholt habe heute... Ich hatte irgendwie voll... Voll Bock die letzten Tage auf Schoko. Ich habe mir Snickers geholt. Einerseits. Andererseits auch einfach... Einfach eine Tafel Schokolade. Ich weiß nicht, wann ich mir das letzte Mal eine Tafel Schokolade geholt habe. Wirklich nicht. Aber irgendwie hatte ich voll Bock. Und ich habe noch nicht mal davon genascht jetzt. Aber theoretisch könnte ich. Hier, das ist neu. Was haben wir denn hier? Jotto ist auch nicht schlecht. Eine Top-List. Ja, ich bin ja nicht so der Speedrunner, ne? Aber... Wow. Okay. Lass mich raten. Die schnellste Zeit ist wahrscheinlich irgendwie sowas wie zwei Sekunden oder so. Oder null Sekunden am besten. Was ist das denn? Es ist ein... Ach, ich glaube, das ist für das andere Auto irgendwie Lichter oder so. Okay. Ruby-Schokolade. Klingt auch nicht schlecht. Wasser... Nee, Wasser geht so einigermaßen. Das hier könnte ich mitnehmen. Auf normalem Weg. Das ist eben der Punkt. Salzbrezel habe ich mir auch geholt. Was habe ich mir heute alles geholt? Ich habe mir einiges geholt, aber kein Eis. Oh, so viel dazu. Ich glaube, das... Ach, dann eben nicht. Ich glaube, das ist keine gute Idee, hier irgendwas hinzulegen. Oh. Also der Motor. Bei so besten Listen bin ich immer skeptisch. Was die Leute sich so ausdenken, um es zu... Die Zeit zu reduzieren. Ach, ich muss nicht an jedem Scheiß hier stehen bleiben, oder? Sind wir ja noch übergestern da. Und zum Abendessen heute. Heute war ein ganz spezieller Tag irgendwie. Ich habe ganz, ganz viel eingekauft. Na gut, das ist jetzt nicht so speziell. Wobei, ich war sogar zweimal im Supermarkt. Das ist sehr speziell. Irgendwie sind mir noch Sachen eingefallen. Dann war ich einfach nochmal. Das war sehr special eigentlich. Und ich habe heute zum Abendessen mir einfach einen Salat gemacht. Na gut, es waren ein bisschen... Hähnchenstreifen waren drauf. Aber hey, immerhin. So grüner Salat und Tomate. Und ein paar Kapern hatte ich noch rumliegen. Und Balsamico und Öl. Und Hähnchenstreifen. Unfassbar. Das ist für mich, für meine Verhältnisse sehr special. Wahrscheinlich werde ich es auch sehr special bereuen. Wenn ich gleich wieder Hunger kriege. Ganz doll. Aber darf auch mal sein. Lebt gesund. Nein, überhaupt. Überhaupt gar nicht. Und das ist das Problem. Ich sollte da ein bisschen drauf achten. Wirklich. Naja. Naja. Ja. Ich sollte wirklich ein bisschen drauf achten. Ein bisschen bewusster essen. Sich ein bisschen bewusster bewegen. Ganz ehrlich. Ich bin so außer Form. Wahrscheinlich würde ich nicht mal Riven in VR überleben. Weil das wäre an und für sich schon der Sport dann. Informatikersport halt. Radfahren. Ja. Das ist ähm. Hm. Ich war heute sogar ein bisschen auf dem Rad. Ich war heute sogar ein bisschen auf dem Rad. Ich habe zwar irgendwie nur Stufe 2 eingestellt. Weil ich keinen Bock hatte. Und total außer Form bin. Ich war heute sogar ein bisschen auf dem Rad. Ja, 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 ja. Davor war ich zwar wochenlang nicht auf dem Rad. Da war irgendwas. Aber ich bin vorbeigefahren. Egal. Aber immerhin. Und ja, poked mich ruhig. Fragt ab und zu mal nach. Ja, 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 ja. Macht das viel zu selten. Ja. So. Also wenigstens 25 Kilometer will ich mal erreichen. Bevor wir uns wieder von irgendwas ablenken lassen. Nee, nee, nee. Ich gucke da gar nicht hin. Guck auf den Chat. Ja, und wie ist das mit die Nacht verbringen eigentlich? Wie kann man denn? Kann man irgendwie pennen oder so? Gilt das hier als 25 Kilometer? So ungefähr, oder? Das können wir uns eigentlich nicht entgehen lassen hier. Oh, oh, verdammt. Ups. Ups. So. Ja. Also, was haben wir denn hier? Können wir wenigstens was essen und so? Ja. Ja, 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 ja. Gib mir das. Ja, so aufgerundet. Weißt du? Ungefähr. Hier regnet es auch ein bisschen, ja. Ich höre es regnen. Ein kleines bisschen. Oh, in den Laden gepinkelt. Das ist ja eigentlich, naja, ist auch egal jetzt. Ist das hier? Es ist, äh, orange. Ja, eben. Wer soll mir das hier noch verbieten? Das ist der Punkt. Oh. Haben wir noch, äh, d, 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 d? Benzin, ja. Warum eigentlich nicht? Das ist die Gelegenheit. und ich werde sogar wegfahren ohne zu bezahlen und ich glaube ich mache noch mal eine pipi posse ich muss einfach ich muss einfach noch mal pinkeln tut mir furchtbar leid aber der kaffee will einfach weiterreisen der will sich wieder auf die reise machen was ist das denn für ein buntes ding sie oha momentchen mal seht ihr das was ich sehe willet siehst du was ich sehe mach das so luke schlaf fein ich wünsche eine angenehme nachtruhe bis bald ich um vier geht er weg oh gott oh gott ist ja katastrophe dann ja auch eine gute nacht dankeschön fürs reingeschaut haben das hier passt vielleicht für unser ding sie schlaft fein war da noch eins mit dem fahrrad vor angeber so ein angeber aber das ist eine gute sache gute maßnahme sehr löblich finde ich ja auch irgendwie gut also ach so ob das die richtige seite ist ich mach mal rechts dann wird es vermutlich hier sein nochmal links gegen check ja 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 erstaunliche technologie so kann ich pause machen ja dann machen wir ganz kurz pipi pause nutzt doch die gelegenheit guck mal hier die farbe passt eigentlich sehr gut oder zum themen und ja dann bis gleich bis gleich hier passend passend zur pipi pause spiele ich euch shake it off bis gleich habe ich habe ich Untertitelung. BR 2018 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 Hallo? Hallo? Danke. Dann gucken wir mal. Was geht? Was geht? Hoch? Ähm. 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 Ja. Es blinkt. WB, WB, WB. WB, WB, WB. Na ja, guck mal hier. Von einem rumflackern. Oh. Irgendwie macht mir der Motor Sorgen. Oder generell die Technik. Gleich kommen bestimmt die Alioms. Was ist das da buntes? Ist das wieder... Ist das schon wieder eine Tanke? Die machen sich aber direkte Konkurrenz hier. Aha. Ähm. Okay. Mal ganz kurz gucken, ob es hier irgendwas Special-mäßiges gibt. Ein Punk oder so. Hallo, Ajani. Na du? Was geht? Was geht? Gute Besserung und so. Was machst du denn? Was soll das? Haben wir dir das erlaubt? Hinterherbude können wir auch gucken. Können wir definitiv mal gucken. Ich nehme mir noch was zu essen für unterwegs mit. Nicht, dass wir jetzt viel Hunger gehabt hätten. Aber hey, wenn es halt da ist. Oh. Hinter der Bude ist... Schwierig hier. Eine Sekunde. Was ist das denn? Ein Stein. Es ist ein Stein. Aha. Sehr mysteriös. Entziehen. Dann haben wir einen Motor. Können theoretisch probieren, einen anderen Motor einzubauen. Soll ich mal probieren? Oh. Ist das eine Scheibe, die passen könnte? Hm. Hm. Der ganz schlaue Stein, ey. Vielleicht kippe ich Öl aus. Ich glaube, ich habe ihn aus Versehen geöffnet. Das kann sein. Ja, ja, ja. Das ist möglich. Das ist aber 100% Öl. Ich habe aber irgendwas aufgemacht. Da. Oh, ja. Ob der Motor... Ob der besser ist? Keine Ahnung. Er sieht irgendwie fetter aus. Das jetzt zwingt auch besser als alter. Ist ziemlich schwer scheinbar. Gut. Erstaunlich genug, dass wir den überhaupt tragen können. Aber nicht überanstrengen. Nicht zu viele Leute wegmoderieren oder so. Ne, 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 ne. So. Also. Ah. Tja. Hm. Ich weiß gar nicht, ob das hier reinpasst. Eigentlich nicht. Ah. Ah. Wumpf. Ob der wohl anspringt? Ach so. Da steht 100% Motor. Oder das sind nur 7,4 Liter. Ja, okay. War ja auch dämlich. Aber hey. Mal. Ausprobieren. Oha. Puh. Okay. Oha. Ah ja. Mit Fehlzündung und allem. Oha. Geil. Soll ich den alten besser mal mitnehmen? Hihi. Nee. Wir probieren das so. Boah. Geil. Oh. Bisschen sparen. Ist das sonst noch irgendwas? Oh. Ich glaube. Hinten waren wir so weit. Wir fahren mal weiter. Wow. Oh. Guck mal hier. Das glänzt. Uh. War schon. Schon irgendwie ganz geil. So finde ich. So mit dieser nassen. Es sieht direkt besser aus. Mit dieser nassen Straße jetzt. schon irgendwie ganz geil. Sowas wie Long Drive. Ja. Äh. Man könnte sogar meinen. Das ist ein ziemlicher Klon irgendwie. Das ist jetzt eine Demo von einem Spiel. Das da auf jeden Fall sehr inspiriert von ist. Boah. Ich könnte natürlich leiser stellen. Aber hey. Vorsicht. Oh mein Gott. Ich mach Blödsinn. Was? Das ist schon ein bisschen cool. Gefällt mir. Ja. Cyberpunk. Oder? Ich könnte auch irgendwann mal wieder spielen. Tatsache. Da spratzelt es raus. Wie cool. Oh. Boah. Doil. Hihi. Das ist cool. Boah. Sind jetzt auch definitiv schneller unterwegs. Wow. Vorsicht. Dafür ist das Auto nicht ausgelegt. Äh. Ja so ein andere. Eine andere Kache wäre halt auch mal nett. Falls wir jetzt keine mehr finden sollten. Oder so. Oder nicht. Kein Bock haben die zusammenzubauen. Können wir irgendwann nochmal eine Session machen. Oh. Halt. Äh. Das ist. Bremsen. Oh. 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 Na. Das sieht aber auch nicht sehr gut aus. Na. Mal gucken. Einen Motor hätten wir schon mal. Ah. Das klingt voll geil. So. Hm. Ja. Aber weißt du. Auch noch ein Motor. Ist unser auch Punk? Der Nüpsel? Ne. Ist er nicht? Ist das noch ein anderer? Ist das random? Okay. Können wir ja mal zusammensetzen. Versuchen. Wir haben ja sogar. Hier auch noch so. Sind nochmal andere. Sind das andere Rieder? Glaub schon. Oder sind die nur irgendwie dreckig? Ach so. Ach so. Ne. Mit dem Streifen sind die auch. Die Reifen. Hm. Wir probieren mal was. Hm. Vielleicht ist es einfach nur random. Wow. Ja. Wenn wir den jetzt zusammenbauen wollen, müssen wir von unserem Clown. Hm. Das wäre aber die Gelegenheit, das mal zu testen. Zack. Ist denn überhaupt Sprit drin und so? Mann, ist der verranzt. Ähm. Also. Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn der? Wo ist denn der Tank? Hier? Ah. So. Ein Deckel ist das. Aha. Äh. Es ist Benzin drin. Ja. Es ist kein Sitz. Äh. Das ist ja blöd. Jetzt ohne Sitz. Halt. Können wir den hier nehmen? Ist der kompatibel? Hä? Szt? Was ist eigentlich, wenn einem Pedale fehlen? Funktioniert das dann nicht? Okay. Ist das richtig so? Oh. Das geht. Ohne Motorhaube ist eigentlich auch ganz nett. Ich weiß nicht, ob der Motor gleich ist oder nicht. Wir vergleichen mal. Hm. Glaubt schon? Nehmen wir unseren Trusty Motor, den wir schon seit Jahren fahren. So. So. Datta ist drin. Batterie ist okay. Tröte. Tröte. Hier nicht. Keine Ahnung, wo die hingehört. Stimmt. Das ist ein zweiter. Krass. Zwei Turbos, ey. Ja, Motoröl. Hier ist mehr Motoröl drin, glaube ich, ne? Ja, 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 ja. Gut, gut, gut. Wird ja eher nicht der Hubraum sein, oder? Das wäre auch lustig. Also, dass betrunkenes Pinkeln hier eine Flüssigkeit ist, ist herrlich. Nee, nee, das wird wahrscheinlich das Öl sein. 7,4 von 10 Liter und davon sind 100% Motoröl, oder? Ach, wir bilden uns einfach ein, dass das hier, der hat bestimmt 7,4 Liter Hubraum. Das wäre schon ganz schön viel, oder? Kein Kühler dran. Ist der Kühler am Motor dran? Das ist eine gute Frage. Hier müsste wahrscheinlich ein Kühler hin, oder? Können wir den kleinen hier nehmen, oder er wird ein bisschen unterdimensioniert sein? Boah, vielleicht besser als nix. Vor allem, das ist einer mit betrunkenen Pinkeln. Von daher. Können wir das da noch irgendwie montieren, irgendwo? Ist das eine Tröte? Ach so. Ach so, ach so. Ah, gucke hier. Ah, was heißt denn hier eine richtige Hallo? So? Ha. So eine Streber-Tupe. Wie kriege ich dich da raus? So. La, 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 la. Flup. Ja. Flup. Tun wir den Shit da noch rein. Wieder Hunger? Geht so. Noch nicht. Noch nicht genug. La, 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 la. Zack. So, und wenn ich dann fertig bin mit Umladen, dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, zu merken, warum wir dieses Fahrzeug nicht benutzen können. Da liegt noch eine Scheibe. Das ist richtig. Ähm, wie ist es denn hier mit Scheibensituationen? Aha. Können wir auch die nehmen? Wahrscheinlich wird das die richtige sein, oder? Perfekt. Danke. Danke. Effing awesome. So, das war das. Können wir das hier noch mitnehmen? Oh. Gut, gut, gut. Batterie haben wir. Das hier vielleicht ein... Ah, hat er schon. Ist aber ein bisschen speckig. Oh, LED, ja. Guter Punkt. Definitiv. So. Ist das die gleiche Stoßstange? Dann würde ich vielleicht der Einfachheit halber die saubere... Ah, glänzend. Hervorragend. Hervorragend. Oh. Verzeihung. Kann sich dann der Nächste drum kümmern. So. Oh. Verzeihung. Kann sich dann der Nächste drum kümmern. Da ist schon... Ah, dann nehme ich lieber das... Oder ich mach... Warte mal. Ich mach hier mal... Mach hier mal so. Und hier... Vielleicht das Punk. Ja. Und dann da auch noch gelb. So. Puh. Sind die eigentlich unterschiedlich lang? Ich glaub, sie passen sich an. So. Was haben wir denn hier noch so? Wir haben... Ding. Oh, da hat hier keine... Türen hinten. Macht nix. Kann auch nix rausfallen. So einfach. Dann gibt's auch keine Tür, die offen stehen kann. Das Wasser nehme ich mit. Tja. Das ist jetzt ein bisschen... Von der anderen Seite. Gut, dass wir hier keinen Sitz haben. So. Und wenn ich hier schon ein Putzi-Dingsi hab. Geht das nicht? Was? Okay. Geht auf der Scheibe scheinbar nicht. Ach, das ist ja schade. Jetzt brauchen wir da einen Schwamm. Das ist ja schade. Ich glaube, das ist ja schade. Das ist ja schade. Zack. Voll der Unibody. Glänzt einfach das ganze Auto. So. Bürste kaputt. dann nehmen wir noch dass da und wir nehmen noch hier schwemme schwemmesken seitenscheiben gibt es auch noch hier fehlt eine tür oder mal so am rande erwähnt wirst du kein schwingen kein schwingen für uns aber naja gut es muss reichen ach komm dann ist sicher essen gleichzeitig pinkeln ach was soll es jetzt auch schon egal das hier noch ja dass wir da keine tür haben das besorgt mich ein bisschen und die tür ist auch eine absolute katastrophe ehrlich gesagt nicht dass da alles rausfällt aber naja können wir die vielleicht nehmen so lang naja lassen wir es mal so keine ahnung ob hier irgendwo noch eine tür rumliegt ganghebel haben wir ein ganghebel da das ist natürlich schwierig dann was passiert denn dann wenn man keinen hat wir sind ja schon gefahren kann man dann nicht shiften oder guter punkt das ist dann natürlich ein bisschen schwierig ja ja und pedale pedale sind vorhanden oder kommt drauf an wenn wir jetzt keine bremse haben wir ein bisschen blöd sind es nur zwei vielleicht ist ein auto es ist ein automatik keine ahnung ach das passt schon ich glaube da waren es auch nur zwei okay na gut dann dann ist ja gut komm wir probieren mal ach so motorhaube naja bessere kühlung sage ich oh radio ist auch kaputt oh und ah lichter kann ich wenigstens kann ich wenigstens wie es eigentlich mit es ist mit dem sprit das ging noch ne was hier ist öl ach so wahrscheinlich im äh im kofferraum hab ich licht ja gut das licht ja ich glaube das sind scheinwerfer oder äh oh doch aha schein schein mehr nach hinten als nach vorn aber gut hehehe ja doch 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 funktioniert alter ist das ein jetzt müssen wir den aber noch polieren den müssten wir noch polieren dann ist gut äh alter was für ein ride oh sogar relativ ruhig hier drin der klingt echt anders als der andere oder ob die scheibe da hilft das ist jetzt vergesst die frage ist egal oh noch mal was lassen wir das ach der ist geil wenn sowas beachtet wird das ist echt cool ach ja guck mal hier solche details finde ich wirklich cool ist das vielleicht ein funktionierendes radio eventuell so ja das das ist eigentlich das erstaunliche dass es trotzdem geht mit der tür ja das ist wahr hier ist keine tür ne naja wenn wir jetzt nicht so genau drüber nachdenken dehydriert oh das kann sein vielleicht ist das radio jetzt generell kaputt verstehe ach so das ist schlecht ne nicht motor ne nicht motor das ist natürlich doof ja so jetzt ah jo jo passt 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 oh sonnenaufgang ach das ist ja schade na gut na gut der schaltet aber wow der schaltet aber viel für automatik upsie tschuldigung da ist irgendwas da flog irgendwas aua ich wurde abgelehnt das war unser oh nee überhaupt nicht alles dran oh nee oh nee oh ich hab ein upsie gemacht ich hab ein upsie gemacht wir sind schief irgendwas ist schief oh und das licht ist auch weg no wo ist denn das Fernglas wahrscheinlich auch weggeflogen das ist wahrscheinlich als allererstes weggeflogen ach kacke hier was ist das denn ein Kanister ja ja moment ich muss mal eben tragen ja ein Reifen ja ist mir auch schon aufgefallen ja so konnt ich das konnt konnt ich konnt ich ein Kanister montieren hä weiß ich nicht weiß ich auch nicht ich dachte vielleicht kann man so die Sachen irgendwie besser fixieren äh wo sind hier Sachen äh ich glaub da ist das Licht es ist ein noch leuchtendes Licht cool kann ich das hier irgendwie ne ah das ist ja blöd jetzt äh ist ja ganz blöd jetzt ach nee oh zumindest das Licht wieder da passt man einmal nicht auf hier ne also ich wollte das ja nur einmal zeigen was passiert wenn man im Straßenverkehr nicht aufpasst da ist ganz schnell zappenduster weil das Licht weggeflogen ist ist das da oder was ne joa vielleicht können wir noch ein bisschen weiter fahren eventuell ist da ja irgendwo das Rad oh Richtung Wagen vorne hin also man könnte ja meinen tendenziell müsste es irgendwo weiter vorne sein ne hm ist da was ich glaub das ist nur der must tja fährt es denn noch ach das funktioniert bestimmt auch so ach kein Problem wir fahren einfach so weiter uäh und ist er hier irgendwo ach jetzt wird es natürlich neblig das darf doch wohl nicht wahr sein wir suchen einfach das nächste Auto das ist wahrscheinlich das einfachste oh da fliegt die Dose oh ne oh ne ich nehme besser ein Controller hallo Controller er ist aus ah er ist aus ich bin zu lang nicht mehr mit dem Controller gefahren komm schon jetzt das könnte ein bisschen helfen so ein bisschen smooth ganz sachte gegensteuern zu können oh oh je hau Hauptsache es leuchtet Punk einen Schluck trinken hier. Aha. Was haben wir hier? Ein Auto ohne Räder. Ja, cool. Okay, cool. Hier liegen aber Sachen. Lenkrad Spiegel, glaube ich. Was ist denn das? Das ist ein runder Stein, glaube ich. Okay. Hä? Schweben Dinge. Ach, da passt man einmal nicht auf und schon ist alles, da ist doch alles gemein. Ist das hier eine passende Tür? Ich hätte zwar lieber ein Rad, aber Tür ist auch gut. Tja. Naja, immerhin. Hupe, achso, aber Hupe müssen wir doch haben. Achtung. Wer hat gemeint, dass das the real thing ist, diese Hupe? Ich weiß nicht. Ähm, hallo, Tag. Schwierig. Ich habe mich gerade so ein bisschen gefragt, ob es vielleicht besser wäre, das Rad hinten dran zu machen. Zwei Räder hinten. Aber ich bin mir nicht so sicher. Oh. Oh je. Oh je. Oh je. Oh. Keine Ahnung. Ich würde, ich würde ja eigentlich sagen, dass das ein Hecktriebler sein müsste, oder? So ein Ding. Aber ich weiß es nicht. Oh, ein Muscle Car. Oh, ah, oh, ah. Das ist ganz schwierig mit dem Lenken. Oh, immer wenn ich Gas gebe, dann verzieht's. Äh, da ist zwar ein Tower, aber naja, ob es da wohl Reifen gibt, hätte sein können. Aber vielleicht finden wir hier ja auch noch ein Auto. direkt an der Straße. Oh, ganz sachte. Oh. Manchmal verzieht er ganz komisch. ein bisschen armselig. Oh, und das Auto glänzt nicht. Es glänzt nicht schön. Das ist natürlich das größte Problem, das wir gerade haben, aber ja, es sieht sehr matt aus. Sehr stumpf. Würde auf jeden Fall die Situation deutlich besser machen, wenn es ein bisschen glänzen würde. Ja, gut. Wenn wir das nächste Mal einen Tower finden, dann... Halt! Wir haben die Lösung. Wir haben die Lösung überhaupt. Mal eben gucken, wie viel Sprit noch drin ist. Ähm. Uiuiuiui. Ist ja nicht sehr viel Shit. Haben wir noch irgendwo Sprit? Ist hier Sprit dabei? Ja. Müssen wir aber ganz dringend mal. Zurück umfüllen von dem Auto in den Tank geht, äh, in den Kanister geht nicht, oder? Ja. Zack. Nee, zack. Ach so. Ist nur so eine... Nur so eine Kappe oben drauf noch, oder? Okay. Wir haben Reifen. Das ist sehr... Oder die ganze Räder. Das ist sehr gut. Und ja, das dreckige Punk ist natürlich auch... auch schlimm. Aber hey, immerhin Reifen. Räder. Das hier wohl anders ist? Ah. Nee, ist auch Punk unten. Ich dachte, vielleicht gibt es ja die auch mit verschiedenen Farben. Wobei, wer weiß. Vielleicht. Vielleicht. eine Motorhaube ist eigentlich eine gute Idee. Auch sehr dreckig, aber immerhin. Äh, all righty. So. ansonsten, hier ist noch eine Scheibe. Gut. Gefällt mir. Dann weiter. ich mach doch kurz. Ich mach doch kurz. Ich mach doch kurz. Markieren. Einen Reifen als Ersatz können wir auch machen. Äh, wir könnten den Sitz nehmen. ich weiß gar nicht, ob das so praktisch ist, weil so kann man besser Sachen hinten einladen, aber gut. Weg machen können wir den immer noch. Oh Mann, ey. Ja, sollen wir noch einen Reifen mitnehmen und machen? Ich tu den einfach hier rein, dann ist er sowieso bei der nächsten Gelegenheit weg. So. Wie so bei Lederstiefeln, sagst du? Wir machen's wie die Cowboys. Die haben Mustangs. Haha. Was ist das denn da oben? Ach, das ist mein Kopf. Das ist mein Haar. Ja, es ist mein Haar, das da rausguckt. Ah. Oho. Kann ich eigentlich zoomen? Jedenfalls nicht so. Oho. Das ist mir fast schon wieder passiert. Hier noch irgendwas Interess... Was ist das denn? Irgendwas Interessantes. Ich würde es auf jeden Fall sehr feiern, wenn wir das Auto noch polieren könnten. Ah. Vorsicht. Vorsicht. Wie schnell fahren wir eigentlich? Sieht man es irgendwo? Hä? Ich gucke besser nicht da runter. Was ist das? Achso, ein Schild. Ein Auto. Was ist das? Achso. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert, warum da Goanix angezeigt wird. Ich dachte, vielleicht ist er kaputt. Also ist er ja offenbar. Der ist wieder gelb. Was passiert, wenn ich den Motor einbaue? Ist dann irgendwas anders? Nur mal so Interesse halber. Motoröl ist okay. Wasser, Benzin, noch ein Sitz. Ja, nur die Ölkappen. Ich dachte vielleicht, ist das so ein subtiler Indikator, was für eine Art von Motor das ist. Oder Was weiß ich? Ich kenne mich mit Autos doch auch nicht aus. Montieren geht nicht. Da ist allerdings auch schon irgendein Spiegel dran. Von daher. Vielleicht ist das für die andere Seite. Wenn schon wieder zu schneien, sag mal. Ja. 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 Scheint sich ähnlich zu verhalten. Und ja, die Lampen hier haben wieder irgendwie gebritzelt. Eigentlich müsste ich immer Dark Mode machen, wenn wir im Dunkeln fahren. Oh, das ist aber sehr cool. So sehr passend. zu unseren Lämpchen auch. Es wird tatsächlich wieder schneeig. Ich traue mich jetzt gar nicht mehr, so richtig Gas zu geben. Aber hey, 10 Kilometer. Ist fast geschafft. so. Ob es immer noch einen Pitstop gibt. Da ist wieder ein Autoschen. Ach, wir sind ja gut ausgestattet eigentlich. Denke ich. Die sind schon sehr hell. Das ist schon richtig, ja. Ja, man muss ja auch ein bisschen repräsentieren. Was wir auf jeden Fall einsammeln könnten irgendwo, wäre ein bisschen Sprit. Das ist so ein Auto, wie das, ja, mit dem wir gestartet sind. Das mit dem Sprit, das ist so eine Sache. Was haben wir hier? Es ist ein Sitz. Moment, es ist ein Stuhl, ein Sitz, ein Sessel. Ist das ein Kanister? Es ist ein Kanister. Es ist, naja gut, es ist hauptsächlich Pisse. Zur Not könnte man, also es ist auch ein bisschen Benzin. Könnte man es auch benutzen. Ist zwar nicht mehr die volle Leistung, aber, hm. Boah, es ist schon so ein bisschen Flashbang, ja. Könnten die Lämpchen natürlich auch auf das Punk reduzieren. Hm. Aber, nö, nö. Nö, nö, sehe ich nicht. Was ist denn das jetzt so? Das Punk aus, ja, w-w-was? was? Nö, 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 oha, da ist ja doch jemand. Na, guck mal da. Hoch. Hallo? Da wird es direkt hell verfreut, das ist gut. Hallo? Hi. suddenly seven days und jetzt sie tot machen kommen die ins auto rein bin ich im auto safe und witze erzählen bin ich ganz schlecht ganz schlecht aber der chat kann dir da bestimmt helfen mach mal witz drumherum nein das geht nicht hallo nöli hallo pass auf ein witz schafft er auch hier ist einfach 50 kilometer zu fahren ohne ein ob sie funktioniert nicht da ist davon ein haus das ist ein einziger witz hier krass haben wir tatsächlich noch ein pitstop bei präzise 45 kilometer interessant 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 ein silent ray der ist sehr silent das hätte ich ja gar nicht gemerkt jetzt wenn ihr nix gesagt hätte dankeschön danke für den seil sehr silent rate dann kann ich hier direkt mal warte mal da kommt jemand an sekunde hallo hallo ihr alle na katie und johnny und alle und reichs na wie geht's euch so was habt ihr getrieben und hallo moment ich muss hier kurz aufräumen damit ich da mich umgucken kann vielleicht pikachu hallo prinzessin das ist ein silent rate meinst du war es ich weiß nicht was du meinst ich finde wir noch irgendwas schönes ja wir sind hier gerade falls ihr es noch nicht gemerkt habe wir sind hier gerade die demo am spielen von von drive beyond horizons falls jemand von euch the long drive kennt könnte einem das vielleicht bekannt vorkommen so ein bisschen oder vielleicht habt ihr selber auch schon probiert so haben wir jetzt hier genug aufgeräumt ich hoffe unsere aufgabe ist wohl 50 kilometer zu schaffen haben wir fast mein magen macht wieder geräusche na guck mal eben weg moment ich muss hier mal kurz na 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 so ah danke jedenfalls fürs reinschneiden apropos schneiden ja montieren was haben wir denn hier so benzin 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 können wir ein bisschen nehmen machen wir mal was was wie viel hat denn schon wieder gesoffen hier der tank war fast leer habe ich dir nicht zu doch der war zu gibt es auch nicht verbrauch unfassbar ist ja keine vorstellung theoretisch haben wir sogar putzzeug könnte noch ein bisschen polieren ja es glänzt einfach nicht genug nicht spritspannten ja nun also ich glaube das geht bei dem auto gar nicht bei dem motor dehydriert auch schon wieder saufen noch mehr als das auto so ist es hat noch nicht schwingen gemacht oder jetzt schwingen bürste bräuchte ich noch für den groben schmutz hier so ein bisschen vielleicht was sollen wir eigentlich das nächste mal spielen das war jetzt ja eher so ein spontanes ding hier mit dem spielchen was sollen wir dann demnächst eigentlich machen also irgendwann müsste ich eigentlich mal riven anfangen das wäre halt so ein ding dann haben wir ja bekannterweise auch noch es darf man keinem zählen das the witcher 3 keine ahnung davon wurde uns aber geschenkt aus bord gucken könnten wir machen wir haben aber glaube ich auch noch das ein oder andere kleine spielchen ich weiß es noch nicht so genau ich weiß es noch nicht so genau ach ja ist da schon wieder was angekommen muss ich gleich mal gucken okay gut dass du das sagst die notifications in steam die erreichen mich irgendwie auch nicht mehr weil doch per mail könnte vielleicht noch gehen aber die notifications im steam klein diesen sowas von silent kriege ich nie mit boah hier glänzt aber der boden auch kaputt aber wir haben ja noch ist das denn ist das ein stein so aus wie ein fleischklumpen und eventuell sollte ich was trinken ein bisschen sprit nuckeln ups jetzt lalalalalala lala hallo das wäre jetzt natürlich die größte katastrophe wenn wir jetzt noch abnippeln dann wäre aber zappenduster weißt du was das mache ich vielleicht mal direkt gibt es hier irgendwo wasser zum betrunkenes pinkeln könnte nee das ist nicht so gut ja manchmal falle ich dann einfach spontan um das passiert manchmal im real life auch nicht so abgelenkt bin trinken vergessen zack null von ok take das so jetzt kriege ich das dann nicht raus nicht so sage ich doch blöd jetzt weg das ist hier ein notfall weg weg mit dem sitz ich finde es praktischer so so und auch noch irgendwas zu essen müssen wir auch noch irgendwo haben ist auch leer rinder in den ochi zack zack auch noch putzzeug ähm wo wollte ich putzen hier das ist wichtig schnell noch bevor wir die 50 kilometer voll machen hier ein bisschen zack wie vorhin gesagt man will ja auch ein bisschen äh ne muss ja auch was her machen so oh man ich habe so eine kräftige brust die hängt mir im gesicht rum hallo das könnten die irgendwie noch ein bisschen fixen hier ist man nicht ganz so präzise nach was für regeln auch immer man hier stehen muss ja aber die brust ist natürlich das highlight muss man schon sagen dankeschön ja den schönen abend noch an alle die weiterreisen ah dankeschön dankeschön euch auch noch einen wunderschönen abend vielen lieben dank schlaft mir nachher fein und träumt was was süßes was punk ist vielleicht auch hier guck ja lilith approved mach das so bis baldig ich muss auch mal wieder bei euch reinschauen den anderen kann ich das natürlich auch sehr empfehlen man muss ja auch ein bisschen das ist wie wie immer im leben es schadet nicht sich auch ein bisschen zu diversifizieren wenn der eine strömer vielleicht nicht da ist mal ein backup plan es funktioniert nicht ich gebe auf mit diesem rad ach nein was man kann die felgen pinseln moment das müssen wir mal probieren achso abmontieren das könnte vielleicht funktionieren wir werden das ende niemals erreichen ich werde hier so lange putzen bis ich verhungert bin warum wabern eigentlich die räder so das sieht ganz strange aus jetzt schwingen gut 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 dabei kommt mir der gedanke vielleicht sollten wir auch mal wieder sowas machen das haben wir seit jahren nicht gemacht einfach mal so ein bisschen durch strömer durch durch reisen und gucken was andere leute so machen ich kann mal so ein bisschen random hallo sagen das kann auch furchtbar nach hinten losgehen zugegebenermaßen dann kommt man auf einmal bei so einem strömer vorbei wie mich hier das ist katastrophe aber könnten wir mal probieren so äh ja färben warte mal was hätten wir denn da was ist das hier es ist oh perfekt perfekt das ist allerdings ein guter Punkt den leeren Kanister müssen wir eigentlich nicht zwingend mitnehmen eigentlich sollten wir es abnehmen das ist alles ist eigentlich richtig ja oh man ziemlich verschwenderisch ich lass das ich lass das lieber so dann ist es wenigstens symmetrisch die Dose ist ziemlich leer boah ey genau also leerer Kanister was haben wir denn hier alternativ noch so der ist leer Motoröl haben wir noch Wasser äh Benzin Benzin könnte ich auch noch einfüllen ach Quatsch Wasser haben wir ja stimmt stimmt richtig richtig es ist nicht sehr viel es ist nicht sehr viel ist hier irgendwo drumherum noch was es ist ein Rad und weitere Räder ach so äh Motoröl und Benzin schade schade wäre so ein schöner Zweitakt da vielleicht könnte das funktionieren hm ach das wird bestimmt reichen das wird schon zack zack zumindest haben wir da ein Kanister und noch irgendwas umfüllen wollen oder so ich könnte natürlich den leeren Kanister auch liegen lassen aber wer weiß was ich auch feiern würde wäre wenn die Kamera immer irgendwie sinnvoll positioniert wäre wenn ich darauf umschalte so da ist noch ein Türmchen ich muss mehr trinken ich habe viel zu wenig getrunken abgesehen von Kaffee machen wir die 50 das war ein kleiner Hüpfer Hupsi so so was wollte ich sagen ja die 50 Kilometer machen wir mal voll was passiert hat es geblitzt wahrscheinlich ist das Ziel auch gar nicht da higher zu machen sondern einfach die Nacht irgendwie zu überstehen oder einmal da war irgendwas auf der Straße das habe ich aber gerade im letzten Moment erst gesehen ja jedenfalls die Nacht irgendwie zu verbringen oder ist ja sehr gut ob das gerade Nacht ist ist noch ein Haus okay oh wir haben die Nacht verbringen abgehakt außerdem haben wir neue gekriegt sehr gut und hier ist wieder ein Häuschen äh oi 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 ich fahr mal ich muss los ich hab mir ist gerade eingefallen dass ich noch Lasagne im Ofen in meinem anderen Haus im Ferienhaus am Ende der Straße okay lalalala ich trau dem nicht oh ich trau dem nicht äh ich will aber auch nicht zu schnell fahren außerdem haben wir gleich kein Sprit mehr bestimmt oh es wird rot oh es wird total rot oh 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 sie sind von Aliens gefangen genommen worden aber das ist noch nicht das Ende füge das Spiel zu deiner Wunschliste hinzu um deine Rache zu planen und sie eines Tages zu besiegen jetzt werden wir untersucht ganz komische Geräusche ach aber also für einen The Long Drive war es cool also die könnten halt echt noch obendrauf irgendwas bringen ne so gegenüber bei Long Drive es muss sich dagegen einfach vergleichen also tut mir leid cool ja Multiplayer wäre natürlich auch lustig ah stimmt kann man in der Demo Multiplayer machen das wäre auch eine interessante Sache ja ich finde es cool gut 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 Ranking ich klicke besser nicht drauf sonst sieht man da bestimmt ganz böse Usernamen oder so schön war es so again das könnte man echt überlegen was passiert denn wenn ich mehr Spieler sage und da was passiert dann fremde Welt vielleicht kann man jemanden einladen oder so gut gut gucken wir kann wann machen aha ja oh alter das sieht ja noch viel schlimmer aus als das letzte ganz furchtbar ja vielleicht sind ich es kann sein dass ich bei Friends gerade nicht angemeldet bin und Popups werden auch aus sein das kann gut sein ja okay gut cool 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 ich fahr mal kurz da hinten hin Moment mal Alter das Auto ist ja eine absolute Katastrophe sag mal das ist aber schon anders als das erste das wir hatten oder hier ist doch gar kein Radio vorgesehen oh Moment äh ähm hm 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 weiß ich nicht eigentlich darf dran fummeln ob da irgendwie keine Ahnung eine Blende ist da wo das Radio hingehört vielleicht finden wir ja irgendwas schönes hier hinter dem nächsten Hügel oh felsen oh äh Auto umdrehen oh oh wie praktisch ui oing okay haben wir das auch gemacht cool 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 so kann man den Kaktus umfahren ne oh hier schweben alle Dinge hier sind ganz hier ist ganz oh ganz komische Physik ich glaube beim irgendwo dagegen fahren da fallen eventuell ein paar Sachen ab aber ansonsten passiert irgendwie nicht viel ne Physik ist hier deaktiviert irgendwie kann man da bei diesem komischen Felsen jumpen jumpen ne kann man nicht so richtig drauf fahren na gut schön flup so in Entwicklung ja hab ich verstanden hab ich es denn auf der Wunschliste ne mach ich mal ach komm Disco Modus wir haben 18 von 33 Errungenschaften das sollte ich sehen wie im Video ich weiß jetzt nicht wie er da klingt aber also ich fand es jetzt ganz ganz gut haben sie es ins positive oder zum zum negativen geändert hier ich drück mal ganz zufällig auf diese taste hier wie ist das also äh hä warum hab ich hier den ach so weil ich verkackt hab irgendein Bookmark nicht oh das kann natürlich sein wenn die Assets irgendwie schwierig waren so also wir haben die Demo fertig gemacht was steht denn jetzt hier noch so hoch was steht hier noch so auf der Liste also wir haben natürlich Euro Truck Simulator 2 und American Truck Simulator Geschenke von Shai The Witcher ich glaub das wird noch ein bisschen muss noch ein bisschen warten der nächste den nächsten riesen Klumpen will ich jetzt eigentlich erstmal nicht anfangen erstmal ein paar kleinere Sachen machen Beyond the Edge of Oldsguard hatte ich irgendwann mal geholt Point and Click Steam muss ich auch gucken ja 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 richtig äh von Markus Entschuldigung Geschenk von Markus ja 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 brutal 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 krass dass wir das jetzt haben find ich super ich freu mich sehr ich hab keine Ahnung von diesem Spiel aber mal gucken da steht ein fremder Name war es hier Shai oder war es Sirius was Richard Ajani nicht so was für dich wir probieren es wir lassen es einfach mal drauf ein ich hab mir bei manchen Spielen schon gedacht dass das vielleicht es vielleicht nichts für mich schwer aber dann war es doch ganz nett was los Markus erläutere naja jedenfalls Riffen haben wir noch müssen wir irgendwann den VR machen ach so ach so ach mei eine Fresse okay Moment das reparieren wir mal eben äh Edit oder so willst du auch mit 5 geschrieben sein ach das ist ja Katastrophe möchtest du auch eine andere Farbe haben vielleicht nicht okay Entschuldigung ich entschuldige mich ganz offiziell nein das muss gelb bleiben weil die Namen sind gelb oder ich muss alle punk machen das geht auch das ist die andere Möglichkeit so wenn ich jetzt refresh ah jetzt besser so äh Silent ja Silent war auch noch so ein Ding Shank von Shai Poppy Playtime 3 gab es ja schon da war das noch unreleased Viewfinder wollte ich irgendwann mal machen aber ist im Moment na gut ist ein bisschen vergünstigt aber ja wir haben ja noch andere Sachen irgendwie Labyrinthine das haben wir auch schon länger rumliegen We Were Here wollten wir auch irgendwann machen Together und vielleicht noch andere Fork Road das wäre vielleicht was was wir mal machen könnten ein bisschen horrormäßig oder so ist released okay okay Portal Revolution war eine Portal Mod Comet & Con kamen wir schon richtig lang rumliegen von Weiser Kadava war das ein Geschenk müssen wir eigentlich auch irgendwann mal anspielen Worms Reloaded dieses Doronko Wanko weiß ich auch nicht so recht ist ein Tipp gewesen von Step scheinbar ja irgendwas mit Woof ich glaube das könnte ganz putzig sein ja Cyberpunk Baby Steps ja das Fork Road könnte man sich mal angucken na gut na gut na gut ja aber vielleicht sowas so so Spiele dieser Art irgendwie ein kleines Horrorspielchen oder ein kleines Hirnausmachspielchen könnte ich mir vorstellen bevor wir die großen Knaller anfassen hm vor die großen Knaller zünden zünd den Knaller ach Gott ey ja ich werde darüber mal meditieren oder genau oder wir machen das wie immer und ich gucke einfach spontan ich hatte heute auch nicht so richtig einen Plan irgendwie bis fünf Minuten vorm Stream Kato na gut ach so ich wollte im Moment Entschuldigung ich gucke auf Steam sowieso mal nach Notification können wir das direkt dazu schreiben also ein Gift von Jay mhm ach ja also er schreibt hab's dir ja empfohlen und nur ist gerade ein Angebot aber bitte Bescheid geben falls du streamen solltest aha The Gunk The Gunk G-U-N-K es ist ein extra-adventure game in which you play as Rani part of our duo of gritty space haulers as they are struggling to bring in funds they chance upon an untouched was chance upon an untouched planet brimming with life they came in search of valuable resources and it looks like they hit the jackpot okay dankeschön ich nehme es mal an story action adventure das klingt doch gut ja das take ich mal ich schreibe es direkt mal auf die Liste im Moment und ja der Name kommt mir bekannt vor hast du wahrscheinlich mal erwähnt ja 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 das ist wie groß das 10 gibt okay also new issue sind nämlich alles issues hier die ihr mir aufheißt ja world of goo hatte ich irgendwann mal gespielt ich weiß aber nicht ob im stream es kann sein dass ich das mit mit robert mal gespielt habe mich nicht alles täuscht wenn dann ist schon lange her krank habe ich hier ein j habe ich glaube ich nicht mache schon mal geschenkt glückwunsch j jetzt bist du ein label freust du dich ein bisschen ba 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 so zack gut da so und dann sagst du noch sagt ihr noch mhm ah label was ich ja sehr empfehlen kann sind so label drucker kann man sich schön labels sind ordentlich ausdrucken und alles damit bekleben irgendwelche schächtelchen und schubladen und ja behältnisse jeder art und kabel und anschlüsse und ja nur mal so am rande erwähnt label drucker äh so so ihr sagt also ist das schon wieder weg ne hier kato kato das heißt ein free game sogar blueprints also kato ähm award winning winning a game kato ist visually musically and narratively beautiful experience schon direkt gekauft also ich würde es kaufen wenn es nicht umsonst wäre irgendwas mit katze merken wir uns mal mhm mhm kato ajani tip mhm ding 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 und ich könnte eventuell ich mache noch ein neues label ah ich habe sogar ein label für unreleased dann mache ich noch ein label für free ich mache noch einomer mhh mhm 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 Habe ich schon wieder neue Notifications? Ne, sehe ich nicht. Ah. Das wollte ich genau hier noch das Free-Label dran machen. So. Ach, Stream-Titel. Das ist sehr nett. Da bin ich ja überhaupt nicht mehr dran gewöhnt, dass das irgendjemand anders überhaupt umstellen kann. Wann ist das das letzte Mal passiert? Das ist ja Monate her. Dankeschön. Jetzt wirklich. Ich kann nicht mehr auf dem Schirm. Na ja, weiß ich nicht. Ich musste gerade so drüber nachdenken. Das letzte Mal bestimmt, als ich irgendwie in VR gesteckt habe und sagte, ich habe vergessen umzustellen oder auf der Couch saß oder so. Oder? Irgendwie Red Dead Redemption oder so was wahrscheinlich. Irgendwann. Na gut, na gut, na gut. Aber ich glaube, jetzt machen wir erst mal einen kleinen Feierabend. Sehr brav. Die Frage ist, ist noch jemand am strömen? Was macht Katie denn eigentlich? Sie ist online. Ach, die machen weiter Silent Raiden. Weißt du was? Wir raiden zu Katie rüber. Die sind immer noch am Silent Raiden. Das will ich mir angucken. Das machen wir einfach mal. Wir raiden zurück quasi, aber in laut. Seid ganz laut. Das machen wir einfach mal. So. Genau, Jay, mach mal. Hier, strömen. Jetzt rächen wir uns einfach. Revanchieren. Verdammt, dann waren wir wahrscheinlich vorhin in dem Stream zu sehen. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich war heute irgendwie ganz besonders verklatscht, hatte ich die ganze Zeit so das Gefühl. Aber naja, macht jetzt auch nichts. Hatten die Leute wenigstens einen akkuraten Eindruck? Vielen Dank für's dabei gewesen sein. Vielen Dank an Rage und Follow für den Silent Raid an alle sowieso. Danke, danke. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder und wir gucken, was passiert. Wahrscheinlich am Montag dann wieder. Grüßt mir Katie und ja, lasst gerne ein Follow da. Bis demnächst dann. Macht's gut. Eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Stream. Nachti, schöne Träume und bis bald. Tschö, Nachti. Tschö, Nachti. Tschö, Nachti. Tschö, Nachti. Tschö, Nachti. Musik. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020